An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Liebe Community, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da aus der Sommerpause. Wir haben Urlaub gehabt. Wir haben Umzüge, Kisten geschleppt, wie ein Berserker. Da ist kein Hauke, vielleicht noch was zu erzählen. Phil ist wieder da. Und alle sind wieder da. Und wir freuen uns endlich wieder, eine wunderbare Folge für euch aufzunehmen. Und heute endlich mal wieder eine Kantine. Wir quatschen einfach mal wieder über unser Hobby. Und das tue ich nicht alleine, denn ich habe unseren Hauke da mit bei. Moin, Hauke. Hallo, Leute. Hallo, Piwi, der Imperator Schütz. Ja, so ist das. Und unseren Phil. Moin, Phil. Moin, liebe Community. Und moin, Hauke. Moin, Piwi. Na, Boys, habt ihr einen schönen Urlaub gehabt? Piwi, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in meinem Leben von irgendjemand als Boys genannt wurde. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, alter Mann. Das ist auch wahr. Ich bin von den Lost Boys, echt. Naja, gut. Oder Trailerpark-Boys, das gucke ich gerade. Das ist einfach nur geil. Aber gut. Piwi, jetzt habe ich schon gleich im ersten Absatz den Faden verloren. Was hattest du gefragt? Wie euer Urlaub war, glaube ich, ne? Ja, Urlaub war so mittel. Da komme ich nachher drauf zurück, wenn wir über Rank and Fight 22 sprechen. Vielleicht lasse ich erst mal Phil jetzt den Vortritt. Ja, Phil, erzähl. Was gab es bei dir Neues? Mein Urlaub war tatsächlich zwei Wochen lang mit Corona im Bett liegen. Das war nicht ganz so erfreulich. Und ansonsten habe ich meine erste Armee fertig bekommen. Endlich. Applaus, Applaus. Vielen Dank. Hört, hört, hört. Ja, erzähl ruhig was dazu. Ja, also im Endeffekt habe ich diese Armee fertig bemalt für das One-Page-Worlds-Turnier bei den Tabletop-Freibeuteln in Hamburg. Das hatte ich ja schon bei der letzten R&F-Folge so ein bisschen angeteasert, dass da was stattfinden wird. Und jetzt ist es passiert, die erste Armee und dann auch noch gleich das erste Turnier. Das war ganz schön aufregend. Ja, das glaube ich dir. Zumal du bist ja, ne, jetzt nicht falsch verstehen, du bist ja kein alter Hase, sag ich jetzt mal, sondern du bist ja relativ neu ins Hobby reingekommen. Und dann gleich so eine Armee fertigzustellen und dann mit One-Page-Worlds anzufangen und da gleich auf ein Turnier zu fahren. Alter Schwede, ey, fetten Respekt dafür. Ja, dankeschön. Muss man echt sagen. Ich bin auch wirklich ein bisschen stolz darauf, dass ich die fertig gekriegt habe und auch, sag ich mal, ne Armee jetzt hier stehen habe, mit der ich auch zufrieden bin. Und nicht einfach nur so quasi drei Farben drauf und das war's, weil das war nicht mein Anspruch. Kann man auch mit zufrieden sein, aber ich hatte wirklich den Anspruch, ne, ne coole, grimdarkige Armee quasi fertig zu machen. Und das habe ich für meine Ansprüche auf jeden Fall erreicht. Phil, die Hörer wissen das ja nicht. Ähm, sag uns doch mal ganz kurz zusammengefasst deine Armee-Liste und beschreib auch mal kurz, wie du sie bemalt hast, damit man so eine ungefähre Ahnung davor hat. Also meine Armee-Liste ist im Endeffekt eine Korn-Liste, würde ich so sagen, äh, weil ich mich da schon so ein bisschen, äh, an Warhammer 40k orientiert habe. Also ich habe halt ausschließlich Warhammer 40k-Modelle im Einsatz. Und, ähm, die besteht dann aus 20 Korn-Berserkern, äh, 10 normalen Chaos Space Marines. Dann habe ich noch eine Hellbrood. Das ist quasi so der Chaos Dreadnought. World Eaters, so eine Art Heldenfigur. Und dann noch fünf, äh, Warp Talents. Das sind quasi Chaos Space Marines mit Sprungmodulen und riesigen Klauen. Und dann noch zwei Rhinos, die als Transportpanzer für die Chaos Berserker gedient haben, damit die ein bisschen flotter übers Schlachtfeld, äh, düsen können. Und das Ganze habe ich dann, ähm, bemalt in einem klassischen rot-bronzenen Schema, würde ich sagen. Ganz klassisch mit Senesal Highlight grundiert und dann mit Corn Red drüber. Und dann die ganzen Trims gemalt, äh, und die Details so ein bisschen mit Grundfarben. Und dann, äh, ein Oil Wash drüber, damit das so richtig schön düster und dreckig wird hinterher. Weil, ähm, das ganze Thema soll halt so sein, dass die seit x Tagen, Wochen, Monaten durch einen Dschungel auf einem Alienplaneten stapfen. Und da halt, äh, eine Schlacht nach der anderen schlagen. Wie so Korn-Berserker halt unterwegs sind. Äh, Blut für den Blutgott und Schädel für den Schädeltron, so ungefähr. Und, äh, ja, deswegen habe ich da ordentlich, äh, im Kontrast zu der roten Rüstung eine ordentlich grüne Dschungel-Bases dazu gebastelt. Ja, und das ist, sah zwar schick aus, aber hat mir nicht viel genützt. Das ist überhaupt nicht, äh, schlimm. Aber wenn ihr wissen wollt, wie Phil's Armee aussieht, äh, guckt doch einfach mal bei uns, ähm, auf dem Instagram-Account. Dort haben wir nämlich ein paar Bilder gepostet mal. Und wenn ihr Phil's, ähm, Instagram-Account noch gar nicht kennt, dann sucht doch mal nach Hammer 4000. Was, was auf dem Discord nicht hervorgeht, ist, wie Phil's Armee riecht. Denn, wenn ich das richtig erinnere, mit, mit Balsam-Termitin, das Eulwasch bearbeitet. Das heißt, alle Leute, die, ähm, über die A7 von Norddeutschland nach Bayern fahren und an Hannover vorbeikommen und denken halt, das riecht ja gerade wie auf dem Erdölfeld, ne? Also, das ist Phil's Armee halt. Ja, die hat echt, also, gerade weil ich noch, die dann Sonntag noch, ähm, gelinde gesagt gestunken. Ja, das machen viele momentan, ne? So ein bisschen mit, mit Oil-Wash und, und Animal-Washes und so weiter. Und sich das dann nachher wieder dann von den Figuren mit Terpentine oder so darunter zu holen, ne? Also das ist schon, macht ja auch geile Effekte, habe ich bei meinen Camry ja auch gemacht. Also von daher ist alles gut. Sehr, sehr geil. Ja, erzähl mal, also Phil, dann hast du dich angemeldet über T3, gehe ich mal von aus, oder direkt bei den Freibeutern, äh, wie hast du das dann gemacht? Wie ging's weiter? Ja, also letztendlich war das so, dass ich halt über Instagram den, äh, Ben, also Northstar-Terrain auf Instagram kennengelernt habe, ähm, und wir halt häufiger mal so im Gespräch waren. Und dann ist auch relativ schnell klar gewesen, dass sowohl ich als auch eher, äh, One-Page-Rules cool finden. Und dann hat er mir irgendwann mal geschrieben, so, hey, Phil, äh, mein Club, die, äh, oder mein, ja, mein Club, die Tabletop-Freibeuter veranstalten da so ein, äh, One-Page-Rules-Turnier. Und es hat sich jetzt so herausgestellt, dass das die Deutsche Meisterschaft ist, und zwar, weil, ähm, laut, äh, deren Wissen quasi nur, äh, eine Gruppe aus Berlin-Turniere offiziell, äh, veranstaltet. Und dann halt die Jungs aus Hamburg, also aus Bergedorf, genauer gesagt. Und dann haben die sich darauf geeinigt, Mensch, dann machen wir jetzt einfach mal, äh, die Deutsche Meisterschaft von One-Page-Rules. Und dann, ähm, hat er mir den Link zu T3 auch geschickt. Also ich kannte zum Beispiel die Plattform vorher noch gar nicht, so ein Frischling bin ich tatsächlich. Hab mich dann aber sofort angemeldet, äh, weil ich einfach gedacht habe, ne, also One-Page-Rules, da kann ich nicht Nein sagen. Und war dann quasi, ich glaube, von 30 Teilnehmenden, maximal Teilnehmenden der 13. oder 14. oder so bei der Anmeldung. Es war also noch relativ frisch, die ganzen Tabletop-Freibeuter waren natürlich schon angemeldet und aus Berlin auch ein Großteil. Und so hat sich das Ganze dann dahingehend entwickelt, dass ich dann auch den Entschluss gefasst habe, dass diese Armee, die ich da kurz vorher schon angefangen hatte, dann jetzt die Armee sein wird, die ich da ins Feld führen möchte. Und habe dann halt ein paar Monate lang daran gearbeitet. Supergeil. Und du bist ja nicht alleine gefahren, sondern du hast ja kompetente Sparring-Unterstützung in Form von Hauke mitgenommen. In der Tat. Und Hauke hat dich ja quasi so gecoacht wie, ähm, im Boxring, ne, Handtuch und massieren von hinten und so weiter. Und, äh, ja. Genau. Ihr habt euch dann da oben getroffen und wie, wie ging das dann weiter so? Also, wie war das erste Spiel? Was musstest du tun? Wir haben im Vorfeld, ähm, ein paar, äh, Vor-Infos bekommen, wie zum Beispiel ein FAQ, der Hausregeln, weil One-Page-Rules ja auch so ein bisschen dazu, ähm, äh, animiert, Hausregeln, äh, zu, zu bestimmen. Und wir sollten dann einen Ausdruck unserer Armeelliste für uns selbst und für den Gegenüber, äh, mitbringen. Und dann hat, ähm, der, äh, das war, wenn ich mich recht erinnere, hieß der Jan. Ähm, der hat dann die, ähm, hat dann die, ähm, hat dann die, na, wie sagt man das denn jetzt? Der hat dann quasi gesagt, wer gegen wen auf welchem Tisch spielt. Ich weiß jetzt gerade kein kürzeres Wort, um das auszudrücken. Organisator? Ja, der Organisator, genau, der hat, ähm, der hat bestimmt, wer gegen wen an welchem Tisch spielt. Das wurde, glaube ich, über eine App irgendwie bestimmt. Und, wie ich das richtig mitbekommen habe, es gab 14 Tische. Ja, ich glaube, 14 oder 15. Und dann habe ich halt, ähm, bin ich halt zu meinem Tisch gegangen. Und da stand schon mein erster Mitspieler, der sich dann im Endeffekt auch als der Sieger des Turniers herausstellen sollte. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil das das erste Match von vier war. Ähm, und der hat dann, äh, quasi den, hat mich dann vom Tisch gefegt. Mehr oder weniger. Wir hatten, ähm, insgesamt vier Missionen. Das waren dann halt auch die vier Matches. Und, ähm, die erste Mission war im Prinzip, wir hatten fünf, fünf Missionsziele auf der Karte. Und die galt es einzunehmen. Und dann gab es noch, ähm, Nebenmissionen zu jeder, ähm, zu jedem Match, wo es dann auch nochmal Bonuspunkte für gab. Aber die kriege ich leider nicht mehr zusammen. Kannst du vielleicht so ein bisschen was zum Gelände erzählen? So, wo du drauf gespielt hast? Ja, also es war sehr unterschiedlich. Jeder Tisch war anders bestückt. Es war alles modulares Gelände. Bis auf zwei, drei Tische waren es alles so Tische, die sehr modular waren. Also selbst die Tische, die so ein bisschen mit, äh, mit einer Styrodurplatte, äh, gestaltet waren, äh, selbst die waren teilweise modular, dass da noch Felsen drauf, drauf standen. Und, ähm, aber das Gelände war auf jeden Fall relativ gleichmäßig aufgestellt auf den Tischen. Und auch immer, wie ich fand, passend zu den Missionen. Also wie, 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 wie man dann auch die Missionszielmarker hinlegen musste. Klar, das wussten die ja vorher nicht. Aber ich fand's schon irgendwie passend, weil es war halt immer so, dass so in der Mitte ein relativ großer Hügel war, der Line of Sight blockiert hat, sodass man halt immer erstmal ein bisschen taktieren musste. Dass man sich wirklich überlegen musste, wo stelle ich jetzt meine Einheiten auf, damit die dann hinterher auch mal zum Zug kommen. Wenn's dann, wenn sie, wenn sie's dann bis zum Gegner schaffen. Und, ähm, was ich vorher schon so ein bisschen abgezeichnet hatte, war, dass, äh, dadurch, dass man bei One-Page-Rules die Armeelisten beliebig kombinieren kann. Also was heißt beliebig? Man kann halt eine Hauptarmeeliste haben und dann kann man, je nachdem, wie viele Punkte insgesamt gespielt werden, eine gewisse Punktzahl einer anderen Armeeliste noch zusätzlich mitnehmen. Was dann zu solchen witzigen Kombinationen führen kann, dass wir zum Beispiel einen, ähm, einen, äh, Spieler hatten, der hat, äh, quasi das, was man aus dem Räumer 40k-Universum als Tyranniden kennt, gespielt. Und der hat dann halt noch einen Inquisitor mitgenommen. Aha. Äh, und zwar, weil, äh, also der Inquisitor ist deshalb relativ beliebt, weil der eine Fähigkeit hat, die dir eine Anti-Ambush-Bubble gibt. Das bedeutet einfach, normalerweise, wenn, wenn jetzt M, wenn ich jetzt eine Einheit mitnehme, die die Ambush-Regel besitzt, dann kann die halt irgendwo auf dem Spielfeld nach der ersten Runde, ähm, deployed werden. Also ich kann die irgendwo aufstellen auf dem Spielfeld in neun Zoll Entfernung aller gegnerischen Einheiten. So, diese, diese Anti-Ambush-Bubble von diesem Inquisitor verdoppelt diesen Wert. So, das heißt, du kannst, was weiß ich, drei Inquisitoren mitnehmen, die schön auf der Map verteilen. Und schon habe ich einen ziemlich, äh, kleinen Teil nur noch, äh, der, der, des Spielfelds, wo ich dann meine Ambush-Einheiten aufstellen kann. Und das hat auf jeden Fall, macht auf jeden Fall was aus, sag ich mal, ne? Das sind so Sachen, die sich dann doch irgendwo rausbilden, obwohl man eigentlich sagt, dass One-Page-Rules keine Meta haben. Aber das war zumindest etwas, was sehr beliebt war. Und dann hatten wir auch relativ viele, äh, der, äh, sogenannten Hive-Fleet oder Tyrannidenspieler, die dann im Endeffekt, ähm, ja, so richtige Monster mitgebracht haben. Die dann ordentlich Lebenspunkte und ordentlich Schaden hatten. Und das war dann auch relativ ausschlaggebend, auch wenn das denen nicht den Sieg gebracht hat. Also den Sieg errungen hat letztendlich eine reine Infanterieliste, muss man auch mal so sagen. Also der Ricardo aka Dreadnought, der da gewonnen hat, der hat, äh, quasi eine Chaos-Dämonen-Infanterieliste mitgebracht. Der hatte, ähm, Slanesh-Dämonen oder die Menets und, äh, und die Bloodletters des Korn dabei, die er dann immer im Ambush aufgestellt hat noch hinterher. Und damit hat er quasi die meisten Leute relativ schnell vom Tisch gefegt. Und, um nochmal zu den Tischen zurückzukommen, was ganz schön war, ist, dass wir halt auch wirklich sehr durchmischte Tische hatten. Also es war nicht so, dass wir zehn Tische hatten, wo einfach nur, ne, diese Standard-Ruine draufstand und zwei, zwei Wäldchen. Sondern wir hatten, was weiß ich, eine Platte, die war mehr so Wüsten, eine Wüstenplatte. Dann hatten wir mehr so eine Platte, die war mehr so, äh, Wald angelegt. Äh, und dann halt auch diese klassische Ruinenplatte oder mehr so eine, ähm, industrielle Platte. Also da haben die sich schon echt viel, viel Mühe gegeben und viel Zeit und Mühe reingesteckt. Das hat man schon gemerkt. Ja, supergeil. Hauke, wie war das für dich denn, einfach mal mitzufahren, um da auf dem Turnier so als, als Beobachter einfach mitzufahren? Also ich hatte ja ganz am Anfang auch überlegt, selbst mitzuspielen. Ich hatte jetzt den Luxus, den ich noch nie in meinem Leben hatte, dass ich eine fertige Armee dafür schon hatte. Also sprich meine Ultimate Marines, die hätte ich im Prinzip einfach nur einpacken müssen und losfahren. Aber One-Page hin oder her, ich hatte einfach keinen Nerv und keine Zeit, mich mit dem Regelsystem ansatzweise vertraut zu machen. Und, ähm, da eine vernünftige Liste zu schreiben, also zugegebenermaßen hätte das wohl nicht ewig lange gedauert. Aber ich hatte auch nicht den inneren Frieden dafür, weil ich, wie gesagt, hier zur Zeit im Umzug beschäftigt bin und mich das einfach nur total nervt. Ähm, davon abgesehen. Ich habe ja dann gesagt, gut, vielleicht, vielleicht spiele ich nicht, aber ich fahre einfach mal hin, um mal auch aus dieser ganzen Corona-Isolation einfach irgendwie mal rauszukommen und wieder was Hobbymäßiges zu machen. Und, äh, habe dann einfach gesagt, ich fahre hin und schaue einfach zu. Da kann ich noch irgendwie dumme, dumme Bemerkungen gegenüber Phil fallen lassen, irgendwelche ungefragten Ratschläge geben. Da habe ich natürlich nicht gemacht, ne? Also ich bin ein umgänglicher Mensch. Aber es war schön zu sehen, ähm, wie die Jungs da alle gespielt haben, dass das Turnier war unglaublich sinnvoll organisiert. Das lief einfach völlig reibungslos, total cool. Äh, alle Teilnehmer waren nette Leute. Wir hatten unglaublich geiles Wetter. Der Hammer waren zwei, zwei Spieltische, ähm, die draußen auf der Terrasse standen im Prinzip unter einem kleinen Regenschutzdach. Aber man konnte da in der frischen Luft spielen und, ähm, also wirklich ganz, ganz hervorragendes, äh, Erlebnis. Ich war nicht der einzige Zuschauer. Insgesamt waren wir vier Zuschauer. Vier. Immerhin gab's Zuschauer. Ganz genau. Und, ähm, auch so, wirklich Treppenwitz der Geschichte. Ich saß da mit einem anderen Kumpel von mir, den ich da in Hamburg dann auch abgeholt hab. Und, äh, saßen wir draußen und haben uns halt ein Spiel von, von Andy vom, der beim Imperator nix Neues angeguckt. Da kam so ein anderer Typ angelatscht, guckte so ein bisschen, sagte, Leute, hier, ähm, das ist ein Turnier, ne? Und alle guckten ihn so an und sagten so, ja. Er sagte, ich wollte eigentlich nur mal zuschauen. Ich wollte nur mal zuschauen. Und, äh, das, das hatte ich gerade bei den Dyson-Outs gehören. Da musste ich mega lachen. Das dachte er auch schon so halt, ey, du, du bist doch hier von den Dyson-Outs. Die Stimme kenne ich doch. Und, äh, war halt mega nett. Und dann haben wir uns nachher später mit, mit, äh, einigen Jungs, der Veranstalter, ich glaube, der, der, ähm, der hieß Franklin, dann auch zusammengesetzt und einfach ein bisschen gefachsinnbild unterhalten und gesprochen. Also wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Erlebnis gewesen. Aber wie geil ist das denn, ne? Da hört jemand unseren Podcast, liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann kommt er da einfach hin und sagt, ja, moin Tag, ne? Also hier ist Turnier und so, ne? Ja, alles klar, ey, dich kenne ich, ne? Du bist doch hier bei Dyson-Outs, ne? Das ist doch mega geil. Es war einfach cool. Ich glaube, ich hätte es Grinsen nicht mehr aus der Fresse gekriegt. Das ging uns allen auch so. Ah, ist auch gut, ey. Ja, geile Nummer. Ja, Phil, dann musst du natürlich noch erklären, von wegen so welchen Platz hast du ihn belegt. Wie ich ja schon ganz leicht angeteasert hatte, hat mir die tolle Bemalung meiner Armee nicht wirklich geholfen. Und zwar bin ich von 25 Teilnehmenden der 24. Leiderlo geworden. Ja, ich hab nicht so die taktisch klügste Liste gebaut und die noch weniger taktisch klug eingesetzt. Und daher, ähm, also ich muss wirklich sagen, mein erfolgreichstes und auch spaßigstes Spiel, äh, muss ich wirklich sagen, hatte ich dann, äh, gegen, gegen Andy von den, von den, beim Imperator-Podcast. Also das war wirklich, äh, das hat irgendwie am besten harmoniert so. Also da hat man sich auch am meisten geschenkt. Die anderen, ähm, Spielenden waren halt wirklich eher so ein bisschen, äh, schon, ja, mehr in der Materie drin, würde ich mal sagen. Also die haben schon wirklich taktisch auf einem ganz anderen Level gespielt einfach, ne. Also die wussten genau, was sie tun, warum sie das tun. Und das hat, das hat, hat mich natürlich dann auch jedes Mal wieder vom Feld gefegt. Und, äh, sowohl Andy als auch Grabowski hatten ja am Freitag zuvor das erste Testspiel gemacht. Dementsprechend waren die halt auch quasi fast so schlecht vorbereitet wie ich. Ich hatte ja immerhin in der Vergangenheit schon einige Testspiele entweder gegen meine Freundin oder mich selber gemacht. Äh, das heißt, ich war quasi fit in den Regeln, aber, ähm, wusste noch nicht, was genau für eine Herausforderung auf mich zukommt, wenn ich mal wirklich, äh, gegen taktisch erfahrene Tabletop-Spieler antreten muss. Und, ja, das habe ich dann auch gemerkt, dass das schon ein defensiv ein deutlicher Unterschied ist. Und, was ich noch ganz wichtig finde zu erwähnen bei One-Page-Rules, das hat mir einfach wieder gezeigt, es ist definitiv easy to learn und hard to master. Also du kannst mit diesem Spiel, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, gerade die aus der Warhammer-Ecke kommen, erst mal denken, boah, das ist ja viel zu simpel. Aber ich bin der festen Überzeugung jetzt auch nach diesem Turnier, dass der taktische Tiefgang, den dieses Spiel bietet, auf jeden Fall an Warhammer rankommt. Aber auf eine andere Art und Weise nämlich nicht, dass du ganz, ganz viele verschiedene Regeln aus verschiedenen Büchern beherrschen musst, sondern dass es eher stärker in die Richtung, man kann es natürlich nicht vergleichen, aber es geht eher stärker in die Richtung Schach. Du hast halt ein festes, simplifiziertes, sag ich jetzt mal, Regelsystem, aber das zu meistern und wirklich richtig gut darin zu werden, ist halt noch mal ein ganz anderer Schnack. Finde ich spannend. Würdest du dich denn jetzt so als Turnierspieler bezeichnen oder sagst du dir lieber von wegen, das war mal eine Erfahrung, aber brauche ich nicht wieder? Also wenn noch mal ein Turnier bei den Tabletop-Freibeutern stattfinden sollte, dann kann ich mir gut vorstellen, da hinzugehen, weil das wirklich eine spaßige, tolle und auch für meine Verhältnisse bi- und brezelige Atmosphäre war. So, weil die Spieler mitspielen dann auch alle super nett waren. Aber im Endeffekt war halt so ein ganzer Tag wirklich taktisch anspruchsvolle Spiele spielen mit verhältnismäßig wenig Pausen dazwischen. Deswegen habe ich mich auch kaum gemeldet, weil ich halt wirklich immer busy war die ganze Zeit, also auch gefordert war, ist das nicht ganz so meins. Also was mir halt auch wirklich gefehlt hat, war so ein bisschen das erzählerische Spiel, nenne ich es jetzt einfach mal. Das wäre halt, das wird man natürlich bei Turnieren eher weniger finden, aber das ist, glaube ich, eher so das, worauf ich dann doch eher aus bin. Also weil ich habe versucht, schon das so ein bisschen mit reinzubringen, aber ich habe schon immer gemerkt, dass die Leute schon wirklich eher zum Spielen und Gewinnen da waren und nicht um irgendwie eine witzige oder coole Story zu erzählen. Also wenn wir mal ein Turnier ausrichten sollten, dann sollten wir vielleicht genau dieses Thema überdenken und vielleicht zu jeder Platte, die wir da haben, vielleicht eine kleine Geschichte dort irgendwie mit einbauen, so nach dem Motto. Einfach nur fürs Flair. Das ist ja im Prinzip mein Brainschart, an dem ich schon die ganze Zeit arbeite und denke. Also man muss sich ja überlegen, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Wenn du ein erzählerisches Spiel spielst, eine Geschichte und so weiter und so fort, ist das eine Sache. Auf ein Turnier gehst du gar nicht mal, um unbedingt toll abzuschneiden. Das machen natürlich auch einige Leute, die sagen, ich möchte das Turnier gewinnen. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich möchte einfach nur mal spielen und zwar völlig losgelöst und andere Leute kennenlernen. Und diesen Kennenlernen, diesen sozialen Gedanken mit dem erzählerischen Spiel würde ich gerne verbinden. Und zwar dann würde ich, nämlich, und das ist mein Vorschlag, dass wir kein Turnier veranstalten, sondern eine Kampagne, bei der alle Teilnehmer ihre Armeen sozusagen im Vorfeld bekannt geben können. Die meisten Leute haben ja nicht nur eine. Und dass man dann was Sinnvolles daraus macht, sodass die Leute mehrere Spiele spielen gegen verschiedene Personen, aber das Ganze eine große Geschichte ist. Ja, also ich finde das auch ganz hervorragend, diesen Einwurf von dir. Also das ist ja genau das, worauf ich auch so ein bisschen abgezielt habe. Weil natürlich kannst du so ein Turnier nicht erzählerisch machen, aber so eine Kampagne, das wäre schon mega. Und vor allen Dingen mit den ganzen Hobby-Veteranen, die wir hier so zusammentrommeln können, können wir da, glaube ich, was richtig Tolles auf die Beine stellen. Und ich glaube, da kriegt keiner einen Anfall, wenn er keine freie, komplett freie Armeerauswahl hat, sondern dass nur einfach gesagt wird, in diesem Fall bitte die Inquisitoren zu Hause lassen, wenn du Tyrannien spielst. Das sieht ja auch jeder ein halt. Ich denke auch, wollte ich gerade sagen. Ja, sehr gut. Also habt ihr richtig Spaß gehabt und ihr habt richtig dann gesagt, so von wegen, das machen wir nochmal. Also ich fahre da auf jeden Fall wieder hin und dann spiele ich auch. Ja, supergeil. Dann gehe ich dort, glaube ich, mit Konform. Müsste ich mir nur noch überlegen, von wegen so welche Sci-Fi-Geschichte ich mir dann zusammenstrecke oder sowas. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir dann irgendwann mal beschnacken. Sehr gut. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es aber noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich dazu gerne noch erwähnen wollen würde, wenn mir das gestattet ist. Auf jeden Fall. Das Event, auf dem wir waren, das hat ja theoretisch am Samstag schon angefangen. Und zwar haben die Tabletop-Freibeuter am Samstag bereits den Tag der offenen Tür veranstaltet. Im Endeffekt war es dann so, dass dieses Turnier letztendlich ganz normal mit Startgebühr stattgefunden hat und da natürlich auch Preise ausgeschrieben waren für die Gewinnenden dieses Turniers. Nun ist es aber so gekommen, dass wir diese schreckliche Nachricht von Dennis bekommen haben. Und dann haben sich die Kollegen von den Tabletop-Freibeutern gedacht, da müssen wir was machen. Und haben dann im Endeffekt dieses komplette Event zu einem Charity-Event für Dennis umgewandelt. Und zwar war es dann so, dass am Samstag am Tag der offenen Tür, wo dann diverse Spiele angespielt werden konnten, unter anderem Freebooters Fate, Kings of War konnte da gespielt werden, Bushido und noch diverse andere, dass dort eine Tombola gestartet worden ist. Und zwar konnte man für 2 Euro ein Los kaufen und dann wurden verschiedenste Preise dort verlost. Und die Kollegen von den Tabletop-Freibeutern, insbesondere auch der Ben, haben halt ein paar Shops und Hersteller angeschrieben, ob sie nicht Lust haben, das ganze Thema zu unterstützen. Und da haben sich dann auch wirklich diverse Sponsoren zurückgemeldet. Und dafür auch noch mal von uns, den Dice & Outs, echt Dankeschön. Das ist eine super coole Aktion. Sowohl Tabletop-Freibeuter als auch die Sponsoren, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und das sind unter anderem Battlefield Berlin, Hobbyheld.de, McNerdstore, Kutami, Excellent Minis, Miniards, Feldherr, Mantic Games, PK-Pro, Freebooter-Miniagers, Taschengeld-Deep und der Miniature-Guru. Vielen lieben Dank, dass ihr euch da so tatkräftig quasi engagiert habt und die ganze Sache so toll unterstützt habt. Und ja, im Endeffekt habe ich zwar das Turnier verloren, aber ich habe tolle neue Leute kennengelernt und am zweiten Tag noch den Hauptpreis der Tombola gewonnen. Und von daher auch da von meiner Seite ja noch mal ein ganz großes Dankeschön, dass ihr da so geniale Preise hingestellt habt. Und Dankeschön an die Freibeuter, dass ihr so einen tollen Batzen Geld da zusammengesammelt habt. Und wir vertrauen auf Dennis auf jeden Fall. Und Dankeschön. Phil, hast du denn auch schon die Gesamtsumme genannt? Ben hat uns das freigegeben, wir dürfen das hier erzählen. Er hat uns das freigegeben? Ich weiß nicht die genaue Gesamtsumme, weißt du sie? Dann nenn du sie doch bitte mal. Ich meine zu erinnern, dass das über 1500 Euro waren. Und das ist echt eine Ansage. Das ist eine Ansage. Also für jemanden, so wie Dennis, der sonst seinen Lebensunterhalt quasi als selbstständiger, freischaffender Künstler, muss man ja ehrlicherweise sagen, irgendwas mit Medien macht quasi, sind 1500 Euro, finde ich schon echt ein Knaller. Und ich glaube, jeden Euro kann Dennis auch dementsprechend gerade gebrauchen. Weil wenn das einfach mal losgeht, so mit der ganzen Therapie und weiß ich nicht was alles, dann stehst du da. Und dann ist vielleicht mal eben mal Ansage, ich muss mit einem Taxi irgendwo in die Klinik fahren oder sowas. Und wenn er dann natürlich irgendwie gerade keinen Taxischein bekommt oder so, dann ist das mal eben schnell mit 40, 50 Euro sind mal eben Taxigebühren weg. Also es läppert sich irgendwann. Na klar. Ja, das ist schon heftig alles, was da so zusammenkommt. Umso mehr muss man einfach sagen, dass die Community hier wieder gezeigt hat, wie geil man eigentlich sinnvoll zusammenarbeitet. Und dass das Hobby nicht nur daraus besteht, dass Idioten auf dem Brückenkopf irgendwelche Scheiß in die Kommentare schreiben, sondern dass es auch Leute gibt, die sinnvolle Sachen im echten Leben machen und viele Leute, die bei solchen sinnvollen Sachen dann auch mitziehen. Und das macht mich einfach nur glücklich. Da bin ich auch nur stolz drauf, dass ich dann zu so einer Community gehöre. Ja, und ich bin total stolz drauf, weil guckt mal über den Tellerrand der Dice & Nords hinaus, wie viele Leute, wie viele Clubs, wie viele Podcasts, wie viele Medienschaffende sich da draußen wirklich hingesetzt haben. und haben angefangen, etwas für Dennis irgendwie zu machen, um dort irgendwie was zu generieren, damit es der Familie besser geht. Ich habe heute zum Beispiel noch jemanden gesehen, das müsst ihr jetzt nochmal raussuchen. Ich verlinke euch das mal unten drunter, wenn ich es wiederfinde. Die haben T-Shirts gemacht. Und haben so gezeichnet, wie so ein Space Marine quasi gerade so eine Krebszelle absticht. Ja, das ist auch der beim Imperator-Podcast gewesen tatsächlich, die diese T-Shirts in Auftrag gegeben haben. Das Design hat The Iron Within gemacht. Das ist wirklich ein cooles Design. Und ich finde, es sieht wirklich nach so einem Space Marine, der dann so eine Krebszelle da, so eine Krebszelle irgendwie mit so einem Speer aufspießt. Hauke, wolltest du irgendwie was uns erzählen, was es denn Neues bei dir seit der letzten Hobbyaufnahme gab? Ja, ich habe ja total lange Weile. Schnagger! Und deshalb gucke ich mir alles an und gucke das Internet leer. Nee, ernsthaft. Ich bin vor einiger Zeit bei Discourse Minagers, also einem YouTube-Kanal, den ich wirklich geil finde, weil die Discourse halt diejenige, die den betreibt, wirklich ausgesprochen scharfsinnig ist und mit einem leicht akademischen Anspruch da herangeht, was ich sehr cool finde. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat eine Folge gemacht über OneD&D. Und diese Folge habe ich bei uns in der WhatsApp-Gruppe geteilt, woraufhin etwas geschah, was normalerweise dort nicht geschieht. Und zwar, die Leute ist übertrieben. Einer unserer Mitstreiter drehte völlig frei und schimpfte los und pöbelte. Und jetzt nicht schlimm, der hat einfach die Fassung verloren. Das ist halt auch mal so. Und da wurde ich dann hellhörig, dass er da so durchdrehte und habe mich mal genauer mit dem Thema OneD&D auseinandergesetzt. Und muss sagen, doch, da ist echt was dran an dem Thema. Kurze Frage, ist euch überhaupt klar, wovon ich spreche? Also, mir ist das auf jeden Fall ein Begriff. Ich habe davon gehört, dass Wizards of the Coast irgendwie so eine neue Plattform starten will. Ist das das? Ja, genau. Nicht nur eine neue Plattform, sondern im Grunde genommen das Spiel vom Tisch verlagern quasi ins Internet, was die ja vorher auch schon gemacht haben. Also, du konntest ja deine Charakterbögen und Charaktere konntest du dir ja erstellen und das quasi dann bei D&D Beyond, die haben das ja aufgekauft. Und das verschmelzen die jetzt gerade so zu einem Konglomerat an Virtual Tabletop mit gleichzeitigen Online-Regeln und du kannst online zocken mit deinen Leuten. Und also eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, ob das so cool ist, müssen wir mal gucken. Wir müssen auch mal kurz drei Schritte zurückgehen. Und zwar, ich fange mal kurz an. Und zwar, zur Zeit ist es ja so, dass ja Dungeons & Dragons fünfte Edition läuft halt. Läuft gut. Und die gibt es seit ungefähr zehn Jahren. Und im Großen und Ganzen sind alle glücklich damit. Es gibt aus der Community ein, zwei Rufe, eine oder die andere Regel zu ändern. Und da ist wohl auch ziemlich klar, welche Regeln gemeint sind. Aber das ist, glaube ich, eine normale Erscheinung. Erscheinung und im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das Früchtetragend für alle halt. Und Wizards of the Coast, die ja wiederum zu Hasbro gehören, scheinen jetzt zu sagen, okay, wir müssen das ändern. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum müssen wir das jetzt ändern, wenn das die letzten zehn Jahre nicht geändert wurde. Und wenn man sich den Begriff anguckt, One D&D ist der Kerngedanke wie folgt der anstehenden Änderung. Dass man sagt halt, ab sofort gibt es keine Edition mehr. Ganz im Gegenteil. Im Jahre 2024 gibt es nicht dann die sechste Edition, sondern es gibt nur noch ein D&D. One D&D. Und mit dem Argument, die Regelverbesserungen haben sich bisher so weit getragen, dass man jetzt eigentlich den Endpunkt erreicht hat. Dass man sagt, okay, wir geben dem Ganzen jetzt den letzten Schliff und dann ist gut, dann steht das System. Dann ist es One D&D und dann Piwis Gedanke halt. Alle anderen Möglichkeiten, an Ergänzung und so weiter werden darauf integriert. Es wird ein großes Ganzes gemacht. Aber aus meiner Sicht gibt es da mehrere Pferdefüße und Haken bei. Denn ich möchte das Ganze mal ein bisschen globaler aufziehen. Nun sagen wir ja stumpf, das ist die fünfte Edition, in der Dungeons & Dragons gerade zurzeit läuft. Woran machen wir denn eigentlich eine Edition fest? Piwi. Nehmen wir mal zum Beispiel Warhammer Fantasy Battle oder Warhammer 40.000. Wann ist denn etwas eine Edition und wann wird es zur neuen Edition? Was muss denn da geschehen? Du, da haben wir Spieler und Spielerinnen überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Du kriegst einfach ein Buch vorgesetzt und dann ist es quasi das erste Buch mit den Regeln, so nach dem Motto. Und dann spielst du damit. So, und irgendwann kommt der Hersteller um die Ecke und gibt dir das zweite Buch in die Hand und sagt von wegen, du, die alten Regeln, die du da vorher drin hattest oder sowas, die haben wir jetzt verschlimmbessert oder verbessert oder komplett abgeändert oder irgendwie sowas. Also sind wir ja nicht die Spielerschaft diejenigen, die quasi sagen, das ist eine neue Edition, sondern wir kriegen es ja vorgesetzt, wir kriegen es ja vorgekaut. Aber im Endeffekt müssen sich ja quasi Regeln, die entscheidend für das Spiel sind, in einer gewissen Intensität ändern, dass das eine neue Version rechtfertigt. Und für mich macht dieses OneD&D, gerade wenn ich berücksichtige, was Hauke gerade erzählt hat, so ein bisschen den Eindruck, dass sie quasi versuchen, das, was sie jetzt schon haben, einfach nochmal neu zu monetarisieren auf einer digitalen Plattform. So wird es auch laufen. Also das ist ja auch das, warum die auch gar keinen irgendwie hinterm Baum vorhalten wollen. Also die wollen ja wirklich genau das machen. Also die wollen die Kuh jetzt nochmal so richtig melken, weil die gesehen haben in puncto Computerspiele und so weiter, wie man eigentlich noch Geld zusätzlich zum Verkauf des jeweiligen Computerspiels nochmal zusätzlich aus den Spielern rauspressen kann. Und das versuchen sie jetzt im Prinzip ja auch hier. Also ja, es gab nur ein Video von OneD&D. Die Entwicklung dahin, was es den Möglichkeiten gibt, um mit Leuten, wie zum Beispiel, einer sitzt in Bayern, der andere sitzt in Hamburg, der andere sitzt in Sachsen-Anhalt. Und die können zusammen D&D spielen, ohne sich physisch am Tisch zu treffen. Das ist ja eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Aber ich habe so ein bisschen Sorgen. Deswegen bin ich gespannt, Hauke, was du uns da noch präsentierst. Vielleicht schlagen wir dann eine Kerbe. Ich komme nochmal zurück darauf. Was ist denn eigentlich eine neue Edition? Und zwar, ihr sagtet halt gerade eben, also Pivi, du sagtest jetzt mal so relativ verkürzt, wenn ich ein neues Regelbuch bekomme. Bestes Beispiel, was wirklich eine neue Edition war, nehmen wir mal Warhammer 40.000 First Edition Rogue Trader. Und dann Warhammer 40.000 Second Edition oder Warhammer 40.000 Third Edition. Oh ja. Da war auch nichts mit rückwärtskompatibel oder so. Das waren komplett andere Regelsysteme. Da blieb kein Stein auf dem anderen. Du konntest mit allem, was du vorher hattest, konntest du aktiv das Spiel nicht mehr betreiben. Book of the Astronomicon, Warhammer 40.000, Rogue Trader Compilation, alles tolle Bücher, konntest du nicht mehr gebrauchen. Weil sich alleine schon die Profilwerte geändert haben, die Waffenwerte, wie der Safe funktionierte, die Ausrüstung, wie auf Fahrzeuge geschossen wurde. Es hat sich einfach alles geändert. Da blieb kein Stein auf dem anderen. Okay. Nun überlegt man mal halt, stellen wir uns mal vor, Games Workshop sagt halt, hier, pass mal auf, wir bringen die zweite Edition, die komplett neue, komplett neu und überarbeitet, bringen wir im nächsten Jahr heraus. Dann ist doch eigentlich klar, dass jeder, jeder darauf warten wird und keiner jetzt anfängt wie ein Irrer noch die Bücher mit einer Halbwertszeit von einigen Monaten zu kaufen. Sagen wir doch, nee, lass mal gut sein, dann kaufe ich lieber das neue Zeug. So. Wie ist es dann später gelaufen? Um nochmal bei Beispiel Games Workshop zu bleiben. Wenn wir zum Beispiel von der sechsten auf die siebte Edition, warum wir 40.000 spielen, ne, da hat sich, oder die fünfte, die vierte auf die fünfte oder die fünfte auf die sechste, da hat sich praktisch überhaupt nichts geändert. Also wirklich gar nichts. Genau, der Name hat sich geändert, ne. So, das war's. Da, da, marginale, kleine Regeländerung. Ansonsten konntest du mit deinen Kodex-Büchern im Prinzip weiterspielen und dein ganzer Kram kam neu raus. Jetzt haben wir D&D. Im Prinzip, die Community hat alles, was sie braucht. Sie hat die ganzen Bücher gekauft. Und jetzt wird gesagt, in 2024 kommt ein neues Spielsystem raus. Die sprechen ja nicht von der Edition, sondern von der nächsten Evolution. Was auch ganz geil ist, die nächste Evolution. Ich meine, es gibt ja nur eine Evolution, ne. Aber das ist der nächste Evolutionsschritt, gut. Aber das sind jetzt ... Spitzfindigkeiten auch. Ganz genau. Okay. Also dann sagen die halt 2024, geht das los. Und dann sei das rückwärtskompatibel. Phil, ich frage mal ganz blöde. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Das ist rückwärtskompatibel. Das bedeutet für mich, dass ich alle alten Bücher und Regeln weiterhin benutzen kann? Oder wenigstens die Abenteuer aus der fünften Edition? Genauso verstehen die das, ne. Sie sagen halt, dass die drei Hauptregelwerke das Hauptregel, also das Grundregelwerk, und ich glaube, das ist, glaube ich, das Player- oder das Spielermanual, das Monster-Manual, das Spielerhandbuch, ne. Pibi, du bist bei D&D der Experte, das sind doch die drei Hauptbücher, oder? Die drei Bücher brauchst du, mehr brauchst du eigentlich nicht. Genau. Die sagen halt, diese Bücher werden überholt durch OneD&D. Aber alles andere, was es gibt, wie Abenteuer und so weiter und so fort, kann man weiterhin benutzen. Das ist eigentlich ganz cool, ne. Auf der anderen Seite müsste man doch sagen, dass rückwärtskompatibilität eigentlich doch genau andersrum wäre. Nämlich, dass ich die Regelbücher weiter benutzen kann, in Klammern, damit auch die bisherigen Adventure-Bücher, aber auch alle zukünftigen Adventure. Das wäre doch eigentlich rückwärtskompatibel. So ist es aber nicht. Und da denke ich, dass hier der Sache schon mal einmal ein falscher Name gegeben wird. Dann geht es darum, dass halt die Spieler jetzt einen Spieltest machen können, den ich überhaupt gar nicht als Spieltest oder als Spieltestigen oder als Beta-Test betrachten kann, weil nämlich die Antworten, die man darauf geben kann, nahezu sinnentleert sind. Weil sie nämlich nur einzelne Aspekte des Spiels, aber nicht die Spielmechanik als solche betreffen. Und im Übrigen, was sollst du denn für ein Feedback geben, wenn es keine großartigen Änderungen gibt, in Klammern, damit es rückwärtskompatibel bleibt? Das ergibt ja auch nicht wirklich Sinn. Kann ich dir sagen, kann ich kurz einhaken. Es gab dann ja eine Umfrage, an der man dann teilnehmen konnte, wenn man sich dann quasi dieses PDF dann runtergeladen hat, mit den neuen Beta-Regeln und so weiter und so fort. Allein diese Umfrage fand ich dann schon irgendwann so was von abtöten und nervend, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich mach nicht mehr weiter. Weil die wollten dann zum Beispiel von mir immer wissen, wie fandest du denn den Hintergrund von einem Menschen, den du da gespielt hast? Wie fandest du den Hintergrund von einem Zwerg? Wie war die Talentverteilung des Zwerges und wie von Elfen und was weiß ich nicht was? Ja, Leute, nee, darum geht es mir irgendwie auch gar nicht. Das war bla, war das. Also es war irgendwie so, hatte auf mich so den Geschmack, so diese Beta-Regeln. Ich habe sie mir so angeguckt. Verinnerlicht habe ich sie nicht, muss ich dazu sagen. Aber ich fand dann so dieses ganze Gehabe, auch danach mit dieser Umfrage fand ich eigentlich nur so pseudomäßig die Community quasi mit in einen Entscheidungsprozess mit überführen. Also das ist auch letztendlich genau mein Kritikpunkt, den ich in der ganzen Sache habe. Ich finde, dass hier nicht mit offenen Karten gespielt wird. Das, worum es geht eigentlich, ist doch, dass Spieler jetzt schon sich bei D&D Beyond anmelden und sozusagen auf die digitale Plattform gezogen werden, damit sie 2024 als Kunden für One D&D bereitstehen. Denn du kannst ja nur über D&D Beyond den Test machen, oder? Also mir war es nicht möglich, an dem Test teilzunehmen oder die Regeln außerhalb von D&D Beyond zu bekommen. Hast du das geschafft, Bibi? Nein, du musst dich wirklich mit dem D&D Beyond-Account musst du dich anmelden und musst dann quasi, kannst du dich dann für diesen Beta-Test anmelden oder sobald du deine E-Mail-Adresse, glaube ich, mit eingegeben hast oder sowas, konntest du dich dann, glaube ich, mit dem PDF dann auseinandersetzen. Kurze Zwischenfrage. Wie ist denn dieser Beta-Test genau abgelaufen? Weil im Endeffekt besteht doch die Pen & Paper Dungeons & Dragons-Erfahrung daraus, dass man gemeinsam eine Geschichte erlebt mit einem Spielleiter und Spielern. Das ist ja genau der Gag. Die schreiben in dem PDF, so als Beispiel, steht da drin, dass ab sofort es nicht mehr möglich ist, dass Monster Spieler mit einem Critical Hit töten. Ob man das gut findet oder nicht, ist eine Sache. Aber für diese Regeländerung wird dann quasi der Beta-Test-Fragebogen hat mit dieser Regeländerung zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Da stehen Nonsens-Fragen drin, wie halt, findest du den Hintergrund von Menschen gut? Ja, was ist denn das für eine Frage? Verstehst du, worum es geht? Es ist eine sinnlose Frage. Ja, klar. Ja, klar. Also die wollen damit ja nur ausloten, ob den Story-Content, den sie da anbieten, ob der ansprechend ist zum Kauf im Endeffekt. So hört sich diese Frage für mich eher an, als wirklich zu hinterfragen, ob die neuen Regeln gut funktionieren. Also das, weder das eine noch das andere. Also die neuen Regeln werden da nicht wirklich abgefragt. Und das Ganze ist ja so generell gehalten, dass du überhaupt gar keine Ergebnisse rausziehen kannst. Also du kannst ja noch nicht mal drausziehen, ob der Content gut ist. Und aus meiner Sicht wird hier lediglich, werden die Leute langsam aber sicher für die digitale One-D&D-Plattform halt sozusagen geködert, rangezogen. Ich halte das Ganze, es wird suggeriert, dass man mitbestimmt, in Klammern, wobei denn, wenn es nichts zu verändern gibt eigentlich, ich halte das für Segeln unter falscher Flagge. Ich würde es gut finden, wenn die sagen, halt, pass mal auf, wir machen eine neue Iteration, Evolution, was auch immer, Auflage der Regeln. Das geht 2024 los. Das wird wahrscheinlich dann alles nur noch hier über eine digitale Plattform richtig sinnvoll laufen. Und die und die Regelwerke kannst du später nicht mehr gebrauchen. Und das andere im Prinzip auch nicht. Aber bis dahin verkaufen wir die zum halben Preis. Das würde ich cool finden. Das wäre mal eine Ansage. Aber das, was sie hier machen, finde ich halt undurchsichtig. Im besten Fall. Täuschung im Schlimmsten. Ja, ich sag mal, die Geschichte geht ja noch weiter. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hab jetzt gerade das PDF nebenher offen hier. Wenn ich mir das Ganze vorstelle, das ist ja okay, was ich vorhin schon mal sagte. Man spielt zusammen auch mit Leuten, die man vielleicht nicht oft sieht zum Beispiel oder irgendwie sowas. Wenn ich daran denke, dass ich mit Freunden, die zum Beispiel wegziehen, irgendwann mal sagen kann, hey komm, wir spielen eine Runde Rollenspiel. Und ich habe so eine Anlaufstation, wo ich jemanden habe, der braucht nicht mehr irgendwie welche Programme installieren. Sämtliche Regeln findet er auf der Plattform. Er findet seinen Charakter dort. Wir finden einen virtuellen Spieltisch, wo ich Figuren hin und her schieben kann. Das finde ich ja ziemlich geil, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil ich sag mal, Rollenspielen gibt es in vielen verschiedenen Formen. Und es findet in vielen verschiedenen Formen statt. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Keiner sagt ja von der Rollenspielpolizei, ihr müsst euch zu fünft am Tisch treffen und der Spielleiter muss ein Sichtschirm aufbauen, so nach dem Motto. Das sagt ja keiner. Was ich jetzt aber wiederum ankreide, ist bei dieser ganzen Online-Geschichte von wegen so, ah Hauke, was du vorhin gesagt hast, ich ziehe mir die Leute direkt schon mal so rein, bote damit die anderen Anbieter aus, wie zum Beispiel Foundry, VTT, Roll20, was weiß ich nicht was in dieser Geschichte. Wer weiß, ob diese Plattformen irgendwann vielleicht noch mal Unterstützung bekommen in Form von offiziellen D&D-Geschichten. Man weiß es nicht. Auf der anderen Seite finde ich, hat das, und das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, innerhalb dieses Videos, als sie dieses Virtual Tabletop gezeigt haben, da liefen ja überall Charaktere rum. Und die haben es ja gelobt und gesagt von wegen so, ja, wir wollten ja hier nicht unbedingt, dass es aussieht wie ein Computerspiel, sondern wir arbeiten mit Tilt-Shift-Aufnahmen und so solchen Geschichten, dass es aussieht wie so ein Tabletop und so. Finde ich auch alles schicky. Aber dann ging das los, dass sie so durchblicken lassen haben, ja, also wenn du für den Mantel da hast und so, dann zahl doch 20 Euro. Dann kriegst du den Mantel, dann hast du deine Figur mit diesem Mantel ausgestattet. Ob dieses Ding irgendwas im Spiel kann oder nicht, soll er erst mal völlig dahingestellt. Zweiter Punkt, den ich dabei immer so ein bisschen schade finde, ist, es geht so ein bisschen die Immersion verloren. Wenn du zum Beispiel oder ihr beide stellt mir einen Charakter dahin und sagt, Hauke, du spielst einen Zwerg und Phil spielt einen Elf, dann habe ich, wenn du mir beschreibst, wie er aussieht und hat die und die Klamotten, dann stelle ich mir das so vor. Und plötzlich stellst du mir da einen Charakter hin, digital, wo ich einfach sage von wegen so, okay, alles klar, ja, nee, so habe ich mir den gar nicht vorgestellt. Ja, gut, das kann ich durchaus verstehen, aber da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen berücksichtigen, wie gerade dieses Dungeons & Dragons-Thema international auch viel gespielt wird, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch DSA geschuldet, dass in Deutschland, so zumindest mein Eindruck, Pen & Paper bedeutet Theater of the Mind und fertig. So, das ist Pen & Paper in Deutschland. Und mein Eindruck zumindest ist, dass zum Beispiel jetzt in den USA Pen & Paper auch viel mehr in Richtung Tabletop, sage ich mal, geht. Geht es auch. Und zwar, dass die Leute viel stärker darauf setzen, eine ganze Armada von Miniaturen und Gelände und was nicht alles in ihrem Keller zu haben, was sie dann ihren Spielern vorsetzen können. Und da für diese Zielgruppe, sage ich mal, ist natürlich das Ganze digital zu haben, auf einer günstigeren Art und Weise dann letztendlich, als das allein schon was den Time, also was die Zeit, die sie investieren müssen, um das ganze Gelände zu bauen und die Figuren zu bemalen angeht, vielleicht, dass das wirklich eher, dass das die eigentliche Zielgruppe dann halt auch von One D&D sein soll. Und gar nicht unbedingt die klassischen Pen & Paper Spieler, die wirklich alles in ihrem Kopf stattfinden lassen. Das finde ich, das finde ich ja auch völlig legitim. Man muss sich halt klar machen, wir sprechen hier über Äpfel und Birnen oder Fußball und Tennis. Wenn jemand quasi das digital unterstützt spielen möchte, wenn jemand das auch, wenn die alle im Wohnzimmer sitzen wollen, auf Computerbildschirme gucken wollen oder räumlich getrennt sind und im Prinzip nur über Computer spielen können, dann sollen die das machen. Da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat und was ihn glücklich macht. Und wenn die Leute dann anstelle eines Regelwerkes, das sie einmal kaufen, ein monatliches Abo bezahlen wollen für die Plattform, auf der sie dann unterwegs sind, ist das auch in Ordnung. Wir sind alle mündige Bürger und die Leute müssen dann da durch und das eben entsprechend bezahlen. Da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Was mich komplett ärgert und was mich stört, ist dieser blödsinnige Marketing-Scheiß im Sinne von One D&D, wir machen keine neue Edition und ihr könnt an der Spielersache mitmachen, bla bla bla. Das ist alles Nonsens. Man versucht insgesamt die Spielerschaft vom Erwerb, vom einmaligen Erwerb von Produkten auf Abonnement umzustellen. Das ist auch legitim. Aber dann soll man das auch bitte offen so sagen und uns nicht so einen Blödsinn erzählen hier und mich dazu verleiten wollen, dass ich irgendwie anderthalb Stunden an so einem Fragebogen sitze, der im Prinzip überhaupt nicht ausgewertet wird. Das ist einfach, das ist unseriös. Und es scheint alles darauf hinzudeuten, dass es genau so ist. Genau das ist es. Weil ihr müsst euch mal überlegen, wenn Hasbro zum Beispiel an euch jetzt oder Witherz sich dann drei Bücher an euch verkauft hat, dann habt ihr 150 Euro auf den Tisch gelegt, und habt im Prinzip alles an der Hand, um Geschichten zu erzählen noch und nöcher und braucht vielleicht kein weiteres Buch und in drei Jahren kauft ihr vielleicht noch mal irgendwie ein Abenteuerbuch, so nach dem Motto. Weil ihr sagt von wegen, ah, die Geschichte ist cool, die nehme ich mal mit, so nach dem Motto. Naja, und hier ist es dann halt so, ja, ich muss es wahrscheinlich, so wie es ja klingt, wie du sagtest, Hauke, monatlich irgendwo Geld abdrücken, so nach dem Ding, ob ich es spiele oder nicht. Oder, ja, und ich muss auf der Plattform mir selber auch noch mal die Klamotten kaufen. Ist ja nicht so, dass es dann quasi all-inclusive ist, ne? Also, ich gehe davon aus, du zahlst im Monat eine gewisse Gebühr, du hast gewisse Dinge frei, wie zum Beispiel deine Character Sheets, du kannst dir gewisse Charaktere bauen, die vielleicht irgendwie von den, sagen wir mal, Grundwerten her irgendwie so passen, so nach dem Motto. Möchtest du aber bestimmte Charaktere spielen, musst du dir wieder was digital als Buch quasi kaufen? Möchtest du eine besondere Kampagne spielen, musst du dir das Buch digital kaufen? Und dann ist die Frage, kriegst du dann auch für dieses Virtual Tabletop die Minis gleich mitgeliefert? Kannst du die nutzen? Oder ist es auch wieder dann so ein Cash-Grab, wo ich dann sage, okay, ich habe mir jetzt das Buch gekauft, was weiß ich, Waterdeep, dieses Drachenraub-Abenteuer zum Beispiel, muss ich jetzt für da jetzt auch dann hingehen und dann die ganzen Token und Marker und Pläne kaufen und was weiß ich nicht was. Also man kann es ja aufblähen im Prinzip. Wir können ja nur hoffen, dass sie sich da jetzt nicht allzu viel vom Videospielmarkt abschauen, was das Thema angeht, weil da sind ja jetzt einige Entwicklungen, siehe Diablo Immortal, was die Mikrotransaktionen, ich nenne quasi das Übel mal beim Namen, angeht, die wirklich teilweise das Ganze ad absurdum treiben, dass da teilweise Menschen, damit sie das Spiel zu Ende spielen können oder das Maximum rausholen können, da teilweise bis zu 100.000 Dollar investieren müssen, um alles rauszuholen. Und so ein virtuelles D&D, das ist natürlich unendlich, bis zur Unendlichkeit, sag ich mal, zu melken, weil wenn es wirklich damit anfängt irgendwann, wenn du den und den tollen Mantel hast, dann bezahl mal hier einen Euro und da einen Euro, dann kann das ja sogar bis zu Ausmaßen gehen, dass du wirklich sagst, okay, du hast fünf Charakterslots und wenn du einen sechsten Charakter erstellen willst, musst du nochmal einen Zehner drauflegen. Das sind ja wirklich Sachen, die da möglich sind. Ja, das kann einem eigentlich nur Angst machen. Und genau das ist. Und wenn mich die Vergangenheit eine Sache gelehrt hat, ein Unternehmen, das offensichtlich darauf ausgelegt ist, wirtschaftlichen Erfolg zu haben, will so weit gehen, sogar deine Lieblingswelt zu zerstören, um mehr Geld zu verdienen. Dem bist du als Spieler völlig scheißegal. Die interessieren sich überhaupt nicht für dich. Zumindest die Managerkriege nicht. Und ich bin mir sicher, dass der Name OneD&D, das hat ja schon so etwas von OneWeb, OneWorld, das hat sich doch irgendein IT-Typ ausgedacht und nicht irgendein Marketing-Jockel und nicht irgendeiner, der von Fantasy-Hollenspiel-Ahnung hat. Also das ist doch, ich hätte doch niemals OneD&D gesagt, hätte ich gesagt D&D Universe oder irgendwie sowas halten, aber doch nicht OneD&D. Das hört sich an nach einem Internet-Provider. Echt? Oder D&D Multiverse. Genau. Man muss davon ausgehen, dass deine Horrorvorstellung, die du da gerade geschildert hast, dass das exakt die Zielrichtung ist. Ob man da mitmacht, ist ja eine andere Frage. Aber das scheint es zu sein. Das ist das Ding. Also ich könnte ja auch einfach sagen, von wegen so, wisst ihr was Leute, das ist zwar alles ganz nice, ich habe meine Bücher hier, ich habe meine Abenteuer hier und wenn ich die ganzen Abenteuer alle gespielt habe, dann gucke ich auf einen Gebrauchtwarenmarkt nochmal irgendwo, ob ich vielleicht nochmal D&D 3.5 Bücher irgendwo finde mit Abenteuern und verwurste die irgendwie von der Geschichte her oder ich streng einfach mein Köpfchen mal ein bisschen an und baue einfach selber was. Ich habe letztens einen gesehen, ich glaube ein Amerikaner war das, die spielen seit 40, 45, 50 Jahren, spielen die dieselbe Kampagne fortlaufend. Das ist der absolute Wahnsinn. Dafür brauche ich kein One D&D. Der hat alles, der hat alles gebaut. Das ist der absolute Wahnsinn. Der hat so viel, so viel Zeug im Keller, womit die da stehen. Und die treffen sich jede Woche oder alle 14 Tage treffen die sich in seinem Kellerchen da unten und die gehen voll ab. Und keiner außer ihm darf seine Miniaturen anfassen. Ja, das ist übrigens richtig. Ich poste mal das Video unten drunter. Longest D&D Adventure oder irgendwie sowas heißt es, glaube ich. Cool. Der hat noch zu Zeiten angefangen, das zu spielen, als es in den USA noch so ein bisschen das Thema war, dass das ja Dungeons & Dragons Teufelswerk ist und so. So ist es. Also das darf man nicht vergessen. Und ja, Hauke, wie du vorhin sagtest, also das ist eine völlig andere Zielgruppe. Die da drüben, die machen das wirklich mit Minis und ich sag mal, sieht man ja auch bei Critical Role, wenn die da was haben. Da sind so wunderschön gestaltete Spieltische und dann kommt Matt Mercer um die Ecke und stellt dann plötzlich den Drachen da mitten irgendwo in die Mine rein und die ganzen anderen Leute stehen da drumherum und so. Und wir arbeiten so gefühlt mehr hier so im europäischen Raum so mit Karten vielleicht, wo man dann vielleicht mal irgendwie einzeichnet, wo ist man denn gerade, so nach dem Motto. Oder man legt ein Token, wo vielleicht ein Bild drauf ist von demjenigen, den man da gerade spielt. Den legt man da hin und dann hat man auf der gegenüberliegenden Seite den Goblin liegen. Also ist ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, beides hat seine absolute Berechtigung. Ich liebe es, mit meiner Gruppe in einem Raum zu sitzen. Alle fließen sich aufs Sofa und man schnackt und hat einen Papierbogen in der Hand und alles ist cool. Das macht Laune. Genauso viel Spaß hat es aber auch gemacht, hier übers Internet verbunden mit vier Leuten quer in der Republik Rangers of Shadow Deep zu spielen. Mit Taylor Spire als Unterstützung. Das war auch super. Das ist halt was anderes, aber es ist anders, nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und dagegen ist überhaupt nichts auszusetzen. Das Problem ist halt nur, wenn es anders ist, sollen wir es auch anders nennen und keinen Scheiß erzählen. Insbesondere, wenn man daran Geld verdient. Ja, aber das ist ja genau diese Marketingmasche heutzutage. Erstmal irgendwie was Blumig versprechen. Und, ich muss es nochmal wiederholen, wir beziehen uns nur auf diese Geschichten, die wir im Video gesehen haben. Also wir wissen ja noch gar nicht, was da jetzt genau kommt. Wir werden uns mit Sicherheit nochmal drüber unterhalten, wenn OneD&D da ist. Also ich werde es auf jeden Fall testen, weil es interessiert mich einfach von wegen, so was die daraus gemacht haben und wie es dann nachher abläuft und so. Zweite Sache ist Übersetzung. Solange das Kram nicht übersetzt ist, werden die von mir auch keine Kohle kriegen. Weil das ist für mich dann in dem Moment, wenn ich da Geld für bezahle, dann möchte ich ganz gerne auch eine Lokalisierung haben. Aber das ist ein anderes Thema bei D&D Beyond. Das muss man einfach dazu sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich habe trotzdem die Befürchtung, dass genau so was laufen wird mit Phil, wie du es vorhin gesagt hast, Mikrotransaktion, dass ich einfach hingehen kann und mir für läppische 4,99 Dollar einen 10er-Pack-Token kaufen kann, wo irgendwelche Goblins und Orcs draufstehen, die ich dann auf dem Spielfeld verteilen kann. Ja, das Problem an der Übersetzung und das schätze ich mal, wird auch bei D&D Beyond so ein bisschen das Thema gewesen sein. Wenn man dieses Thema Lokalisierung nicht von Anfang an in den Entwicklungsprozess einer Software mit einbezieht, dann ist es irgendwann zu spät. Das ist zum Beispiel jetzt auch bei dem Listenbilder von One-Page-Rules das Problem, dass die Entwickler, das hat ja auch der in der Folge, als ich über One-Page-Rules gesprochen habe, das war doch mit Michael Mingers. Michael Mingers. Michael Mingers. Michael Mingers. Okay, das gibt auf jeden Fall auch noch mal ein Bild für Mike Myers. Sehr gut. Mike Myers, das ist sehr schön. Ich wollte gerade sagen Friedhoff. Mike Myers for Ulysses. Mike Myers for Ulysses. Michael Mingers. Genau. Michael, wenn du das hören solltest, ich entschuldige mich für Phil. Ich habe es nicht so mit Namen. Das ist saugeil. Wenn ich jetzt Fabi vom Tablepot wäre, würde ich jetzt mich an meinen Rechner setzen und würde jetzt sowas irgendwie illustrieren. Über Photoshop anschmeißt. Ich bin nicht so gut im Photoshop. Das ist das Riesenproblem. Fabi kann das besser. Das ist ein Foto von der Homepage oder zu einer Eisholing-Maske. Das ist gut. Fabi, Fabi, wenn du das hörst, bitte tu es. Bitte tu es. Ja, sehr geil. Okay, wollen wir einen Haken dran machen an diese Mikrotransaktionsnummer oder hast du dann einen Hauke? Nee, ich behalte das auch im Adlerauge und werde das weiter mir angucken und bin da gespannt. Aber das war es, glaube ich, für heute. Genug aufgeregt. Ja, sehr gut. Pass auf, dann machen wir doch einen kleinen Downer, hätte ich jetzt fast gesagt, damit wir alle hier ein bisschen runterkommen. Unser Hashtag rnf22 läuft ja noch jetzt einige Wochen weiter. Und, ey, Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe meine Armee fertig. So, jetzt kommt ihr. Ich habe voll das Grinsen in der Fresse, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Slow clap, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich habe ja irgendwann hier gestanden und habe mir ja meinen Drucker angeschmissen und habe ja dann die Gruftkönige, aka Camry, aka Undead Skelette Walking in the Sand, irgendwie gemacht hier. Keine Ahnung, wie die Mokels hier heißen. Und dann hatten wir ja letztens mal drüber gesprochen von wegen so, ja, wie viele Punkte hast du da eigentlich, Piwi? Und ich habe ja in der letzten RNF-Folge gesagt, also ganz groß, spurig, 1.000, 1.500, 1.800, alles kein Thema, ne? Naja, ich habe es mal nachgerechnet mit den alten Warhammer-Regeln aus der sechsten Edition, Hauke. Ich kam, glaube ich, irgendwie auf 1.300 oder irgendwie sowas. Naja, nichtsdestotrotz, Piwi ist dann nochmal hingelaufen und hat sich dann nochmal so ein paar Sachen ausgedruckt und jetzt bin ich ohne magische Gegenstände und ohne Zauber, bin ich jetzt bei 1.800 irgendwas Punkte. Ich habe mir nochmal eben 6 Ushabdi gedruckt und nochmal eben zwei Zauberer und Zauberinnen, wovon eine dann quasi meine Hohepriesterin des Todes wird und ich habe so Bock, die Würfel gegen euch zu werfen, ehrlich. Piwi, das ist absoluter Wahnsinn, total geil. Wie viele einfache Skelette hast du gemalt? Du meinst mit Bogenschützen und den normalen Fußsoldaten quasi? Genau. 10, 20, 30, lass es 40, 40 jetzt sein. Okay, das ist echt, das ist echt ordentlich. Aber siehste, wie geil, da hast du im Prinzip eine Rank-and-File-Armee en passant im Vorübergehen einfach fertiggestellt. Hätte doch keiner mit gerechnet, oder? Nee, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, noch nie so gehabt, so eine große Armee zu besitzen. Ich habe jetzt damals mal gesagt, ne, hier, die GW-Box hier, Kampf am Schädelpass, oder wie hieß das noch, Hauke? Ja. Kampf am Schädelpass, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt hieß, ganz genau. Angriff auf den Schädelpass. So hieß sie. So. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, ey. So, und da hatte ich ja Zwerge drin. Und ich hatte zwar ein paar Zwerge immer mal fertig gemalt oder so, aber ich glaube, es ist nie über, sag ich jetzt mal, über 500 Punkte rausgekommen oder irgendwie sowas. Ey, und jetzt hier stehen mit so einer Riesenarmee und zu wissen, dass wenn wir uns sehen, entweder spielen wir Warhammer Fantasy in der 6. oder wir machen das mit One-Page-Rules. Super geil. Ehrlich, ich bin total happy. Weißt du, ist doch der Hammer. Und das ist ja auch genau Sinn und Zweck der ganzen Nummer eigentlich gewesen. Einfach mal was für Ragged File anzumalen und nicht einfach zu sagen, oh mein Gott, das werde ich ja nie schaffen. Sondern einfach loslegen. Sinnlos. Einfach anfangen. Und cool. Ich bin ja auch noch so bescheuert gewesen. Und ich habe ja gesagt, von wegen, ich möchte meine alte Liebe, die Zwerge, möchte ich ja wiederhaben. Jetzt habe ich mir ja auch noch Zwerge gekauft als Dateien. Das heißt, da kommt ja auch noch was. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei unserem Instagram-Account. Und ich habe ja schon einen Slayer fast fertig bemalt. So. Und dann habe ich hier, ich hole es jetzt mal eben, ihr könnt es nicht sehen im Podcast, ich weiß es, ne? Aber ich habe hier einen 10er-Trupp, Clan-Krieger habe ich hier. Die sind ausgedruckt, die sind schon mit Ledbelger sind die quasi grundiert. Und jetzt muss ich daran weitermalen, wenn ich die Camry fertig habe. Also. Und was ist mit deinem König auf dem Schild? Oh ja, der ist, äh, der, der ist grundiert. Den habe ich auch gedruckt. Und einen zweiten Slayer. Den bist du im Prinzip schon aufgestellt für R&F 23 dann. Ja, wenn das geht. Also von daher, äh, schauen wir mal. Also ich, ganz ehrlich, ich bin total happy. Also das hat echt gut getan, dann hier oben zu sitzen und dann einfach mal so ein bisschen was wegzumalen. Das war super. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Sachen angucke, die bei uns auf dem Discord gelaufen sind, ne? So, ähm. Ähm, Leute, äh, füllt euch alle angesprochen, die ihr bei R&F 22 mitgemacht habt, ne? Wo wir die Bilder zu gesehen haben. Ihr habt so krass geilen Scheiß wirklich präsentiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Also von daher, äh, wirklich Chapeau. Hut ab. Das war, das, das war richtig, richtig geil. Also von daher, ich bin gespannt für unsere nächste Hashtag-Geschichte. Mal gucken, wer da alles mitmacht und was dabei rauskommt. So ist es. Ähm, wir müssen auch, wenn wir, wenn wir R&F 22 Schlussbetrachtung machen, ne? Das ist, heute ist es ja sozusagen der dritte Zwischenstand. Da müssen wir nochmal genauer drauf eingehen, was, was, was Nerdik und alle möglichen anderen Konsorten da alles gemalt haben. Das ist einfach irre. Das geht auf keine Kuhhaut. Und, ähm, wir hatten hin und wieder mal so gesagt, hm, ob da jetzt wirklich so viele Leute mitmachen, hm, eher zweifelhaft, ne? Aber da haben wir auch gedacht, wie, wie geil ist es eigentlich, wenn man an seinen R&F Sachen rummalt und dann so im Geiste im Prinzip so zehn Leute immer um den Schreibtisch herumstehen und sich das dann so fachkundig angucken, positive Feedback zurückgeben, so wie es bei Discord ja üblich ist. Da nervt ja normalerweise keiner rum, sondern einfach nur nette Kommentare. Wie cool ist das? Ich meine, was willst du denn mehr? Zehn Leute, die das angucken, ist doch genauso gut wie 843.000. Und, also, das ist ja nur noch eine abstrakte Zahl, die anders wird halt, ne? Aber so vom Feedback, dass man es nicht alleine macht, total cool. Ja. Das ist also, also mega, ne? Das ist ja immer, wie wir sagen, von wegen so, die ganzen Leute, die ihr da draußen in unserem Podcast hören, wenn wir euch mal alle einladen würden in ein Kino, wären wir ganz schön arm. Da würden wir ganz schön arm werden, ey. Also von daher, ja, ich hab da irgendwann Bock drauf, ne, ey, irgendeine Live-Tour zu machen oder so, ey. Eine Podcast-Live-Tour? Eine Podcast-Live-Tour, ja, da hätte ich echt Bock drauf. Ja, ist ja mittlerweile ein Ding halt, ne? Das wäre jetzt, wir wären nicht die Ersten, ja. Ja, aber die anderen Leute machen das so, dass sie sich von den Hörern Geld geben lassen, damit die zuhören können. Pi, wie will denn noch mehr Geld geben, damit die kommen? Ja, natürlich. Ich lauf, ich lauf auch durch die Gegend und rufe die ganze Zeit von wegen, will hier noch jemand Eis? Ja, wenn ihr damals Eisverkäufer im Kino gewesen seid in Osnabrück, ne, ne, schämt euch. In die Ecke. Gruselig, ey. Ja, ja, das also, das, das, das gerade zu meinem Rank-and-File-Geschichten, ne, also ich bin total happy gerade und ich freue mich jetzt auf die Uschabti und, äh, den, den Rest hier noch eben ein bisschen anpenseln. Äh, und mattlacken muss ich auch noch. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, da sind so ein paar Kleinigkeiten, die fehlen noch, ne. Ja, das zu meinem Thema, äh, RLF 22, supergeil, ne. Phil, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja auch ursprünglich mitgemalt. Ja, ich, äh, ich bin auch noch nicht raus. Also, äh, klar hat sich meine ganze Armee ein bisschen geändert, sag ich mal, seit dem letzten Mal. Äh, ich hatte ja ursprünglich mal angedacht, äh, Orks, äh, zu bemalen. Und, äh, da ist mir aber, ist aber nicht so richtig der Funke übergesprungen, weil es war ja auch so ein bisschen, Forderung ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war so ein bisschen auch der Wunsch, dass wir ja auch ein bisschen was erzählen wollen mit der Armee. Und, äh, dann hab ich hier meine, meine ausdruckten Ashigaru und Samurai wiedergefunden. Und, ja, da hat's irgendwie Klick gemacht. Und deswegen hab ich die jetzt, äh, geisterhaft bemalt quasi. Also, es ist eine, äh, Ashigaru-Samurai-Geisterarmee, äh, die ich quasi, äh, die The Concealed, äh, und hab mir da auch so ein bisschen, äh, Story-mäßig was zu überlegt. Deutlich mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, ähm, weil es ist ja doch schon trotzdem immer noch eine Herausforderung, so eine, so eine Rank-and-File-Armee zu bemalen. Und, ähm, so ist das dann, wenn man da so wie, gerade so wie Hauke mit seiner Geschichte mit den, mit den untoten Bretonen sich da was ausdenkt, äh, ja, das inspiriert einfach auch zum Mitmachen. Also, mich jedenfalls. Und deswegen muss ich dem Ganzen so ein bisschen nacheifern. Ich, ich hab die jetzt ehrlich gesagt gar nicht vor Augen, die Armee. Hast du die das letzte Mal auf dem Discord gepostet? Das ist schon was her. Also, ich hab die ersten, die ersten acht Figuren, neun Figuren davon hab ich bereits bemalt, so als Test, weil, äh, wie gesagt, das sollen ja Geister sein, dass ich die einfach in so einem Türkis, äh, angesprüht habe und dann mit so ein bisschen Pink und Lila so die Schatten, äh, gemacht habe. Und, ähm, sie sind vorerst auf Rundbases tatsächlich. Und mein Plan war dann so, äh, quadratische oder rechteckige Movement-Trays zu nehmen, wo ich dann die Rundbases reinstellen kann. Und da dann quasi so ein bisschen, ähm, auch wieder inspiriert vom Nerdic Painter, da dann, äh, so ein bisschen ein zusammenfassendes Gelände zu haben, wo ich die dann reinstelle, mehr oder weniger. Ja. Da hat er mir auch tatsächlich netterweise so ein paar relativ dünne XPS-Platten zugeschickt, die ich dafür benutzen kann. Danke nochmal da, äh, deswegen auf jeden Fall. Äh, und da muss ich dann jetzt noch ein bisschen was draus basteln. Also, ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich die überhaupt so in der aktuellen Form auf dem Discord gepostet hatte. Und wenn, dann ist es schon ein bisschen her, weil ich ja dann durch das One-Page-Rules-Turnier da so ein bisschen von abgekommen bin. Aber jetzt wollte ich gerne wenigstens den Rest des Septembers noch nutzen, diese Armee dann doch irgendwie, äh, fertig zu bekommen. Super cool. Ja, cool. Das heißt also, wir könnten uns wirklich jetzt irgendwie dann halt irgendwie Richtung November treffen oder so, und wir können einfach mal, äh, so ein Zock-Samsag machen, wo wir entweder One-Page-Rules spielen oder XYZ. Genau. Oder einfach alles. Alles. Ich will alles. Alles spielen. Ich will alles. Hauptsame spielen. Ja. Ja. Nee, also, ich möchte ganz gerne, äh, ein Intro-Spiel von dir haben für, äh, One-Page-Rules. Oh ja, sehr gerne. Ich hatte, ich hatte nämlich noch kein Spiel One-Page-Rules und von daher fände ich es, glaube ich, ganz geil, wenn wir, äh, wenn, wenn ich da mal eine Demo von dir kriege. Ja, das ist gebongt. Das wär, das wär famos. Hauke, was hast du auf dem Zettel noch stehen? Naja, ich muss ja noch meinen Sachstand zu Rackenfall 22 beitragen. Ja, deswegen frage ich ja gerade. Also, ähm, ach, wo fange ich an? Also, ähm, Grundüberlegung war ja drei Monate Zeit, um die Armee fertig zu bemalen, ne? Und, äh, bei mir hat es sich dann halt so gefügt, dass irgendwann Ende, Ende Juli sich halt herausstellte, dass wir umziehen werden. Und der Umzug findet halt Mitte Oktober statt. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt noch irgendwie in der Gegend herumvegetiere, wie zu Studienzeiten, wo dann mein Gepäck im Prinzip bestand aus einer Bratpfanne, einer Zahnbürste, einem Umzugskarton Space Marines und einem Lehrbuch. Sondern es ist ja ein bisschen mehr geworden, gerade dadurch, dass auch meine Familie nicht mehr aus mir besteht, sondern aus meiner Frau und meinem Sohn. Und, ähm, ja, also im Prinzip eine Bude komplett voll mit Krams inklusive einem Garten voll mit Spielgeräten gilt es umzuziehen. Oder um zu, zu transportieren. Und das nimmt mich einfach so, oder kostet mich einfach so viel Zeit, dass ich nicht ernsthaft dazu komme, RNF 22 zu fördern. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich hab deshalb mit Salih vereinbart, dass wir einen Monat ranhängen. Das soll, also, ne, kann, kann, kann ja jeder machen, wie er will. Wenn jeder, wenn jemand meint, er muss auch noch einen Monat mit ranhängen, herzlich dazu eingeladen. Wer dann sozusagen tündlich Stopp machen möchte, ist dazu auch herzlich eingeladen. Aber Salih und ich machen das einen Monat länger. Und, äh, dann das entsprechende Spiel machen wir dann auch nicht im Oktober, sondern dann halt ein bisschen später. Aber das soll nichts daran ändern, dass wir trotzdem zum Table-Podcast fahren, halt, oder beziehungsweise zum offenen Table-Pod-Treff. Okay, das vorweggeschickt. Ähm, ich hab jetzt zwei Regimenter mit insgesamt 40, 40 Skeletten bemalt. Die sind auch insoweit gebased, dass ich, äh, Strukturpaste auf die Bases aufgetragen habe, die Baseränder bemalt habe. Ich muss jetzt im Prinzip, bevor ich jetzt an den Bases nochmal lange rumgrabbele, äh, um die Schilder anzubringen, muss ich erstmal die Schilder anbringen. Und wenn die Schilder dann angebracht sind, dann kann ich sie auch mit, äh, Streu bestreuen und dann komplett fertig machen. Also diese Jungs sind auf dem letzten Drücker. Und alles andere muss ich irgendwie verschärft noch fertig kriegen. Aber auch da, so eins zum anderen kommt da so langsam bei. Also ich, ich glaube, da das auch im Wesentlichen der Umzug eigentlich auch erledigt ist, ähm, bis Ende Oktober schaffe ich das. Und dann bin ich glücklich. Und dann hab ich Bock. Und dann können wir auch alle spielen. Ach, voll geil. Ja, das eigentlich Spannende, deine Reiterschaft, äh, die folgt ja noch, ne? Genau. Genau. Und, äh, es ist... Da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist tatsächlich so, dass ich es jetzt so gemacht habe, wie beim Update 2 besprochen. Und zwar, ich bin jetzt wirklich diesen farblosen Weg gegangen. Ich hab die Figuren, ähm, dunkelbraune Vallejo Acryl, passte auf dem Base. Zurzeit schwarzer Base-Rand. Das wird dann aber mit einem Koppel im Grünen Base-Rand abgesetzt. Darauf kommt dann noch so ein, so ein, so ein Grasstreu für den Wald. Also es ist ein braun-grünes Mischstreu. Figur selbst, ähm, Skeleton-Hort-mäßig, verdünnt Skeleton-Hort angemalt. Rüstung ist, ähm, schattiertes Metall. Also, ich weiß gar nicht, welcher Metall. Ich glaub, Chainmail ist das sogar noch. Chainmail von Games Workshop mit, äh, Nine Oil schattiert. Flat Earth von Vallejo für Lieder. Auch Nine Oil drüber. Und dann gibt's halt noch ein bisschen Rhinox-Height und, äh, ein dunkles Grau. Keine einzige Farbe. Und pro Figur, wie damals vorhergesagt, pro Figur, sieht das äußerst aus, das sieht aus wie in der DDR. Also das ist ganz schlimm. Also so, 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 so bar ich jeden Spaßens halt. Langweilig hoch fünf. Aber wenn du da von 40 Mann zusammenstellst, dann sieht das echt übel aus, als ob die Jungs gerade aus Mordor kommen. Und so soll's ja im Prinzip sein. Weißt du, was ich dazu sagen würde? Nee. Grimdark. Grimdark. Ja, im Prinzip, ja. Wahrscheinlich ist das so eine Art 28-Regimente oder so halt irgendwie. Voll geil. Ja. Also ich bin damit zufrieden. Und wenn man meint, man muss da irgendwie trotzdem noch irgendwas mitmachen, kann man es ja später noch tun. Ist ja nicht vorbei. Die Armee wird ja nicht weggeschlossen. Interessoren darf nicht wieder angefasst werden. Sie ist dann halt nur spielbereit. Und das ist ja das Ziel. Ja, und alles andere gucken wir mal. Voll geil. Ah, ich bin gespannt. Und unser neuer Hashtag, der dann ja kommt, da freue ich mich auch derbe drauf. Also das wird cool. Wer den TablePod gehört hat, wo ich zu Gast war, der wird wissen, worum es geht. Ja. Und vor allem ist es mal was anderes noch. Definitiv. Also von daher, hört beim TablePod rein und dann Attacke. Dann geht's bald los. Ja, sowieso. Dann denken TablePod nächste Folge ist wahrscheinlich schon gewesen, wenn ihr das hört. Aber vielleicht habt ihr es ja trotzdem nicht gehört. Die haben nämlich bald 50. Folge. Und das wird, glaube ich, cool. Wollte ich gerade sagen. Schick denen mal einen Gruß rüber. Das können die Jungs auf jeden Fall gebrauchen. Das ist so ein bisschen Bauchpinseln. Also haben sie auch verdient. Genau. Ja. Gut. Definitiv. Nee, dann bin ich hier mit Dragonfile 22 auch durch. Okay, alles klar. Phil, hast du noch einen Punkt auf deinem Zettel stehen? Nee, ich bin soweit eigentlich auch durch mit allem, was mir so auf der Seele lag. Okay, ein Habik noch. Ein Habik noch. Habt ihr mitgekriegt, War Machine MK4 Version raus? Also bald. Ich habe mir mal die Beta-Regeln, habe ich mir mal runtergeladen jetzt gerade. Das werde ich mal lesen. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was dann da ist. Weil die ganzen Beta-Regeln, die ihr jetzt runterladen könnt im PDF, haben 65 Seiten. 65 Seiten. Das ist super geil. Und wisst ihr, was ich noch viel, viel geiler finde? Also War Machine an sich ist schon ein cooles Spiel, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, habt ihr das mal gespielt? Also, Phil, du wahrscheinlich nicht, aber Hauke? Ich habe noch nicht mehr begriffen, ich höre zwar den Dice & Duty Podcast, aber ich verstehe davon so wenig, dass ich bis heute noch nicht verstanden habe, was der Unterschied zwischen War Machine und Hortz ist. War Machine sind dampfgetriebene Kolosse, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen mit irgendwelchen Leuten, die infanteriemäßig hinterher tackeln und schießen und zaubern und keine Ahnung was. Und War Machine ist dasselbe. War Jaxx. Genau. Hey, du hörst ja hier, also alter Schwede, ey, guck mal hier. Genau. Und Hero Quest, wollte ich gerade sagen. Hortz ist dann diese ganze Variante quasi eher in dieser Fantasy-Richtung angelehnt, dass du mit Bestien quasi spielst, wo du ein Treiber bist quasi, der seine Bestie nach vorne peilscht. Und kannst du zusammenspielen, ne? Also das ist eigentlich das Geile auch an War Machine und Hortz. Aber was ich sehr, sehr geil finde, ist nicht nur, dass die sehr offen sagen, so passt mal, hier sind unsere Beta-Regeln, könnt ihr euch angucken, ne? Die haben die gesamten Karten, die Beta-Karts, haben sie als Preview rausgebracht, könnt ihr euch auch downloaden. Und als Beta auch zum Angucken die Modelle. Dass man da einfach mal gucken kann, wie die Karten dann aussehen, also, ne, was die für, für, ähm, für Stats haben und so weiter. Und man kann dann schon mal so wirklich Probe spielen. Das finde ich super cool. Und als vierte Variante, die ich sehr, sehr geil finde, die neuen War Jaxx, die rauskommen, oder auch die neuen, ähm, Hortzviecher, gehe ich mal von aus. Das ist jetzt einfach mal so ins Blaue gesagt. Aber die War Jaxx zum Beispiel werden alle mittlerweile dann jetzt für MK4 so ausgeliefert, dass ich aus einem War Jack alle möglichen Jaxx bauen kann. Weil es sind schon vorgegossene oder vorbereitete Öffnungen für Magnete da mit bei. Das habe ich auch gehört, dass da im Prinzip das Modell alle Variationen an Teilen mitbringt und dass du schon die Magnete dabei hast. Also quasi ein Rundum-Glücklich-Paket, ne? Genau. Habe ich gehört beim Macabutato-Podcast jetzt, als sie den Stammtisch hatten nämlich. Liebe Grüße an der Stelle an euch Nasen da draußen. Das fand ich so geil, dass ich erstmal gesagt habe, das muss ich mir erstmal selber angucken und total geil. Aber ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir mit unserem Hobby doch noch ein bisschen hinter dem Mond leben. Und zwar, ähm, selbstverständlich ist das löblich, dass diese Modelle jetzt mit allen Varianten rausgebracht werden, ne? Und man nicht mehrere kaufen muss, um die dann zusammen zu schustern und man einfach Teile in die Bitsbox schmeißt. Es ist super, dass die das machen. Aber eigentlich ist das die Grundlage allen. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, dass das so ist und nicht anders. Versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Kannst du ja mal Games Workshop vorschlagen oder keine Ahnung wem. Also, bei Games Workshop ist es ja in gewisser Art und Weise früher so gewesen, wenn du Dreadnought gekauft hast, waren ja meistens alle Waffensysteme dabei. Es sei denn was ganz Spezielles, doppelter Beuter oder irgendwie sowas. Aber das konntest du auch noch selbst bauen, das war völlig in Ordnung. Was sie heute machen, ist natürlich eine ganz andere Nummer, ne? Dass du zum Beispiel bei Forgeworld Dreadnoughts kaufst, die gar keine Arme haben, ne? Also, das ist sozusagen die andere pervertierte Seite dieses Gedanken. Aber nochmal, also ich, löblich, dass die es so machen jetzt bei War Machine Hards, aber eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann läuft. Phil? Dann habe ich tatsächlich aber auch noch ein Thema, wo wir schon mal bei so quasi kostenlosen Content sind. Da muss man ja zumindest noch erwähnen, was Games Workshop mit der neuen War Cry Edition jetzt rausgehauen hat. Weil es gibt sicherlich viele Unternehmen, aber mit der neuen War Cry Edition haben sie gezeigt, dass sie es auch anders können. Und zwar indem sie im Prinzip nur noch das Grundregelbuch spielen. Weil alle Einheitenkarten wurden in Form von PDFs kostenlos alleine mit dem Grundregelbuch sofort loslegen und War Cry spielen. Das ist auch nicht mal eben so, dass Games Workshop was gratis bringt, ne? Genau, genau. Und die haben wirklich für alle Armeen, die es in Age of Sigma gibt, die kompletten Einheitenkarten quasi kostenlos rausgebracht. Inklusive, dass man jetzt diese Variantscribe-App, soweit ich weiß, quasi so eine Listenbilder-App, zusätzlich auch noch kostenlos nutzen kann über den Browser. Also da haben sie schon wirklich gezeigt, dass auch die nicht ganz abgeneigt davon sind, auch mal ein bisschen Fanservice zu betreiben. Ja, find ich gar nicht schlecht. Wir verlinken das mal unten, ne? Also dann könnt ihr da auch mal selber einen Blick reinwerfen. Ich bin gespannt. Ich bin grad ein bisschen geplättet, dass Games Workshop mal wieder ein paar Sachen gratis raushaut. Ja, ich trau dem Frieden noch nicht. Kann ich verstehen auf jeden Fall. Also ich muss ja gestehen, dass ich mir diese Heart of Goal-Box dann auch geholt habe, weil das Gelände und die Figuren einfach so cool aussahen. Und ich doch mal irgendwie jetzt Lust habe, mal mit Warcry vielleicht doch noch mal zu starten. Ob das dann so klappt, wie ich mir das vorstelle, sei wieder dahingestellt. Ich bin ja auch ganz froh, dass jetzt R&F 22 noch mal in Monaten ist, weil ich wäre bis Ende des Monats auch nicht fertig geworden. Deswegen wird das Ganze auf unbestimmte Zeit verschoben. Und dann habe ich ja auch noch den Titan hier jetzt stehen. Ah, der muss auch noch fertig machen, dein Gewinn vom OPR-Turnier. Genau, der mich jetzt da so aus der Ecke immer anschaut mit seinen Hundeaugen und sagt, bau mich zusammen, gemein mich, bitte. Da muss ich gerade an die Pile of Shame-Folge Nummer 1 denken, als Pivi sagte, es ist ja nicht so, wenn ich meine Necromunda-Bachs nicht zusammenbaut, dass die Figuren aus dem Kasten sagen, bau mich zusammen, du Arschloch. Das stimmt ja auch. Die rufen immer noch nach mir. Pivi. Da ist man so alt, hat so viel Geld, aber so wenig Zeit. Das ist echt, es ist gruselig. Es ist gruselig. Jungs, ich weiß, das ist eine fortgeschrittene Stunde. Wir haben echt schon einige Zeit hier im Podcast verbraten, auch mit technischen Schwierigkeiten. Aber ich denke, wir sollten noch ganz kurz ein eher harmonisches Thema, das eigentlich ohne große Probleme ist, besprechen. Einverstanden? Kommst du mal ab? Ja. Als Absacker? Als Absacker, wollte ich gerade sagen. Ja, okay. Dann ringe der Macht. Da sind ja alle einer Meinung. Fragst du uns oder fragst du das Internet? Ich fang mal an. Das ist schwierig. Phil, ich lasse dir mal den Vortritt. Ja, also ich muss ja sagen, ich bin jetzt vielleicht kein totaler Herr der Ringe Experte, aber ich würde mich schon als Fan betrachten. Also es ist für mich Pflichtprogramm, mindestens einmal im Jahr mindestens die Extended Edition der klassischen Triologie zu gucken. Und mittlerweile sind wir dazu übergegangen, dass wir erst die Hobbit-Triologie schauen und dann die Herr der Ringe-Triologie. Ja, ich schaue die Hobbit-Filme. Ich weiß, das ist für manche ein No-Go, aber ich liebe einfach dieses Universum und alles, was darin stattfindet, auch die Hobbit-Filme. Und ich muss wirklich sagen, dass ich persönlich von der Serie doch positiv überrascht war, weil mich persönlich hat sie abgeholt. Und das mag jetzt für den einen oder anderen Hardcore-Fan vielleicht anders gewesen sein, wie ich so gehört habe. Da doch schon, sage ich mal, also das habe ich heute bei den Rocket Beans, habe ich halt heute eine Folge geschaut, wo sie das auch besprochen haben. Die ersten beiden Folgen. Und da saßen zwei, die quasi wirklich Hardcore-Fans sind, die ja alle Valar aufzählen können und wie die nicht alle heißen. Und wissen, wie die Elbenbäume heißen, die Morgoth abgefackelt hat und so. Also die haben schon krasses Wissen und die meinten halt schon, dass es schon einige Dinge gab, die sie in der Serie ein bisschen zu kurz abgeschnitten, besprochen haben oder vielleicht auch ein bisschen verrissen haben. Da war zum Beispiel Kritik. Wie ist das jetzt mit Spoilern? Darf ich spoilern? Darf ich nicht spoilern? Machen wir so von wegen, so wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, was Phil jetzt darüber erzählt, dann springt ins nächste Kapitel. Ja, genau, genau. Das ist wahrscheinlich besser. Und zwar war dann am Anfang, relativ am Anfang der ersten Folge, nachdem quasi so das ganze Vorgeplänkel abgeschlossen war, so eine Szene, wo dann Galadriel als Kind gezeigt worden ist. Und wo sie dann so ein bisschen von ihren Mitschülern, ja, ich würde schon fast sagen, gemobbt wurde. Sie baut dann halt so ein Papierschiff und die fangen dann an, da irgendwie Steine drauf zu werfen. Und dann wurde sich so ein bisschen darüber moniert, dass Elben ja eigentlich so dieses stolze, ernste Kriegervolk sind und so weiter. Und da gibt es sowas ja gar nicht wie Kinder, die sich mobben und so. Aber das sind halt so Kritikpunkte, die sind mir persönlich, der einfach nur eine schöne Serie genießen will, einfach zu weit hergeholt. Und das sind, glaube ich, auch die größten Kritikpunkte an der Serie, weil alles in allem erschien es mir doch so, als wäre das eine sehr gut gemachte Serie. Und auch insbesondere, als dann Elrond die Zwerge besucht, das war einfach nur großartig. Und mir sind die Tränen gekullert vor Lachen, als die Zwerge sich da über diese Steinekloppen gefreut haben und so. Das war einfach ein Fest und ich habe es wirklich sehr genossen. Doch, ich war erst ein bisschen skeptisch nach dem ganzen Trailer-Gehabe und Trailer-Gebäsche und so weiter und so fort, was da drin war. Und gerade diese Szene, wie Galadriel da an diesem Wasserfall hängt, das sah für mich wie Final Fantasy aus. Entschuldigung, aber das war einfach grafisch nicht glaubwürdig. Also, was andere dafür besser hinkriegen, sah das für mich einfach wie Computerspiel aus. Und da habe ich gesagt, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Dann hat die Community wieder gezeigt, wie man quasi das Look and Feel von den alten Filmen wieder einfangen kann, indem sie zum Beispiel am Colorgrading so ein bisschen rumgeschraubt haben. Was dann nachher einfach dann, was sich diese ganzen Orangetöne quasi ein bisschen rausgenommen haben und das Ganze ein bisschen anders gemacht haben. Das sah sehr, sehr geil aus danach. Und ich war die ganze Zeit immer so am Hadern von wegen so, boah, tust du das wirklich an? Guckst du das oder sagst du dir von wegen so, erst mal lieber abwarten, so nach dem Motto? Und dann gab es ja diese elende Diskussion von wegen auch im Netz, von wegen so mit schwarzen Zwergen und schwarzen Elben und so weiter und so fort. Ja, musste ich auch mal eben so ein bisschen überlegen so, weil ich glaube, in den Filmen und auch im Hobbit oder sowas haben wir da eigentlich People of Color gesehen. Weiß ich gar nicht, Phil. Du guckst das regelmäßig. Ich muss ganz klar sagen, das ist der Zeit geschuldet, würde ich sagen. Ja. So ein bisschen, wo die gedreht worden sind und auch der Geist, den die versucht haben zu verkörpern, weil das alles, sage ich mal, Teile der Bevölkerung sind, die auch zu dem Zeitpunkt, als Tolkien die Bücher geschrieben hat, einfach gar nicht in der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise verwendet. Ja, dass sie vernünftig repräsentiert waren. Und im Endeffekt geht es ja auch in der Herr der Ringe, bin ich immer der Meinung, darum, dass sich quasi alle Völker der Erde oder der Mittelerde vereinen, um gegen das große Böse anzutreten. Und da sehe ich persönlich überhaupt gar kein Problem darin, dass da auch irgendwo People of Color repräsentiert sind, zumal die halt auch ihre Rollen einfach exzellent verkörpern. Also ich bin der Auffassung, für mich hat es sich nicht so angefühlt, als wäre das jetzt dieses sogenannte Woke Washing, was man ja heutzutage häufig so aus gewissen Kreisen als Kritik häufig hört, sondern das war einfach nur, die haben halt gute Schauspieler gesucht und die haben sie gefunden und die haben dann die Rollen gespielt und meiner Meinung nach extrem gut. Gut, dass die ihre Rollen spielen, will ich dir nicht abstreiten, das fand ich sehr, sehr gut. Also die Königin zum Beispiel von Durin, super. Also dieses Herzliche so nach dem Motto, also da, ganz ehrlich, wenn ich da zu Gast wäre, ich würde mich sofort heimisch fühlen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, so wie sie das gespielt hat. Aber ich habe so das Gefühl, dass man hier versucht hat, zwangsläufig Leute in irgendwelchen Rollen zu besetzen, damit man eben People of Color mit drin hat. Weil ganz ehrlich, wenn ich dann mir das Volk von den Brandifurz angucke, da habe ich glaube ich einen gesehen, der Hautfarbe hatte. Dann war der andere, ich weiß gar nicht, bei den Elben habe ich glaube ich sonst keinen weiteren gesehen, außer den einen, der in dieser Turmwache rumläuft. Bei den Zwergen habe ich glaube ich auch keinen gesehen, der mir aufgefallen ist. Also wisst ihr, was ich meine? Als ob das so nach dem Motto, wir müssen unbedingt Leute People of Color da mit reinbringen. Aber ganz ehrlich, es ist doch scheißegal, wenn die Leute ihre, also auch wenn das irgendwie, keine Ahnung, quere Leute sind oder so, wenn die ihre Rolle gut spielen, dann interessiert mich das Geschlecht nicht oder auch die Hautfarbe interessiert mich nicht. Aber wenn ich dann sowas mache, dass die Leute eingebaut werden in so eine Serie, dann möchte ich ganz gerne auch im normalen Fußvolk, was im Hintergrund durch die Gegend läuft und Körbe mit Futter trägt und was weiß ich nicht was, möchte ich dann ganz gerne auch solche Leute drin sehen und nicht nur dann in den Hauptrollen. Weil dann ist es für mich eine noch glaubwürdigere Welt, als sie jetzt ohnehin schon ist. Kann man das verstehen? Ja, also ich habe mehrere Punkte rausgeschrieben, die dagegen vorgebracht werden oder die als diskussionswürdig bei die Ringe der Macht betrachtet werden. Und dieses ganze Gewäsch um Diversity und so weiter und so fort, finde ich einfach nur völlig bescheuert. Und zwar aus jeglicher Warte. Was Tolkien geschrieben hat, interessiert überhaupt nicht die Bohne, denn jemand, der das heute macht und auf dem Werk von Tolkien aufbaut, kann das so machen, wie er möchte. Schlicht und ergreifend. Ob das die Leute gut finden oder nicht, ist eine andere Frage, aber jeder kann daraus machen, was er will. Und wenn man jetzt sagt, nee, ich halte es als angemessen, sozusagen eine pluralistische Gesellschaft abzubilden, dann auch Menschen mit verschiedener Hautfarbe darzustellen, finde ich, ist das ein völlig sinnvoller und auch vernünftiger Ansatz. Auf jeden Fall. Aber das muss es auch sein, was man machen will. Und das wollte man hier nicht. Amazon ging es nicht darum, eine pluralistische Gesellschaft abzubilden, sondern Amazon ging es darum, dem Vorwurf, das nicht getan zu haben, zu entgehen. Ich finde es als ein Armutszeugnis, ehrlich gesagt, dass man keine Menschen mit asiatischem Erscheinungsbild genommen hat. Also einen zumindest. Das hätte ja nun wirklich nahe gelegen. Und das, was wir in vielen anderen Fernsehsendungen sehen, dass auch Menschen mit einem indischen Erscheinungsbild, wie auch immer man das nennen will, das dann in der Mitspiel zu gut Deutsch, sehe ich auch nicht. Die eine Frau geht so vielleicht noch so ein bisschen durch, aber im Großen und Ganzen nicht. Genauso wenig sehen wir Behinderte. Richtig. Also da muss man sagen, wenn Amazon es gewollt hätte, das zu machen, hätten sie es auch konsequent durchziehen müssen. Was sie gemacht haben, finde ich, reicht nicht aus, um dem Vorwurf zu entgehen. Aber ich störe mich daran auch nicht. Es ist mir ehrlich gesagt persönlich völlig egal. Was mir nicht egal ist, sind andere Vorwürfe, die der Serie gemacht werden. Und man sagt zum Beispiel, dass das nicht entsprechend im richtigen Law eingebettet wäre. Das würde ich gerne mal kurz zur Seite nehmen. Aber dann wird vorgebracht, das sind seichte Charaktere, die dümmliche Gespräche führen und blödsinnige Kausalverläufe unternehmen. Also mit dem Kausalverlauf muss man sagen, es ist jetzt nicht wirklich die schlauste Idee von Galadriel, irgendwo im großen Meer vor Valien nur ans Wasser zu springen. Das ist keine überzeugende Handlung. Aber von der Sache abgesehen, kann ich die andere Kritik nicht nachempfinden. Ich finde nicht, dass die Charaktere seichte sind und so dargestellt sind, dass man sich an denen in keiner Art und Weise stören könnte. Oder dass sie uninteressant werden. Kann ich nicht sehen. Auch dümmliche Gespräche habe ich im großen und ganzen eigentlich nicht festgestellt. Irgend so ein Typ im Internet, so ein Halbwilder, sagt er halt ja. Ja, aber wirklich, das ging gar nicht, sein Videobeitrag ging gar nicht. Der hatte sich daran gestört, dass jetzt Galadriels Bruder da irgendeine komische Parabel über Steine und Zinken und Boote erzählt. Ja, meine Güte, das ist jetzt unbedingt nicht von uns Goethe geschrieben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es völlig außerhalb der Immersion ist. Es ist in Ordnung. Und sonst halt, dass das nicht 100% am Silmarillion angelehnt ist, liegt einfach schlicht und ergreifend darin, dass sie einfach nicht die Rechte bekommen haben. Und wenn du die Rechte nicht hast, dann kannst du es nicht verfilmen. Also das ist halt so. Und insgesamt, als Gesamtpaket, es ist eine Serie, bei der ich ganz Schlimmes erwartet habe und bei der ich völlig überrascht bin, wie cool sie eigentlich ist. Mir gefällt das sehr und ich gucke es mir gerne an. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja, tue ich auch wohl. Ich weiß nicht, wie geht es euch da draußen mit Herr der Ringe? Schreibt doch mal podcast.dice.nords.com oder hier unten drunter in die Kommentare. Würde uns mal interessieren, was ihr dazu sagt. Oder schneid gerne mal bei uns auf dem Discord vorbei. Da können wir auch gerne mal eine Runde darüber schnacken. Genau. Ja, Jungs, wir haben heute wieder eine sehr, sehr spannende und lange Kantina-Folge aufgenommen, die wir schon lange nicht mehr aufgenommen haben. Und ich glaube, wir müssen das wieder intensivieren, uns einfach wieder so in diesen Hobby-Austausch reinzubringen. Themenfolgen finde ich cool, aber auch so eine Kantina-Folge, wo man einfach mal so am Stammtisch sitzt und einfach mal sagt von wegen so, sag mal, wie ist denn bei dir gelaufen und so. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr beide da gewesen seid. Wie sieht es aus mit euch da draußen? Was sind eure Hobby-Dinge, die ihr so in der letzten Zeit getan habt? Und wie gesagt, lasst uns teilhaben, kommt auf unseren Discord, guckt unten drunter in die Kommentare mit rein, schickt uns Sprachnachrichten, hören wir immer sehr, sehr gerne. Dann können wir euch auch mit in den Podcast mal mit aufbauen hier und einbauen. Das ist überhaupt kein Problem, kriegen wir alles irgendwie hin. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns irgendwann. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Leute, macht's gut. Wir sind die Dyson Outs und wir vertrauen auf Dennis. Liebe Podcast-Community, wir sind wieder da. Wir sind aus der HOMA... Das machen wir doch nochmal. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.